Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalot und Christian Schmidt. Hallo. So, wir sprechen heute über ein Spiel, von dem die damalige Pressesprecherin Claudia Rieflin, die Pressesprecherin der Firma CDV, heute sagt. Also mir persönlich und ich glaube auch ganz CDV war es nicht klar, was das für ein Hype wird. Dass das an Dimensionen geht, dass mich Fernsehstationen angerufen haben, auch Sendungen ja dann gefolgt sind. Dass der Kulturredakteur vom Stern einen zweiseitigen Bericht bringt. Also ich musste denen nicht hinterherlaufen. Ich will jetzt nicht sagen, die sind hinter mir hergelaufen, aber sie haben hinter mir hertelefoniert. Das war großartig. Das Spiel ist natürlich WET, das sexy Empire. Eine im weitesten Sinne Wirtschaftssimulation, Christian. Das ist ja voll dein Territorium. Ja, nicht nur im weitesten Sinne. Das ist eine Wirtschaftssimulation, eine erotische Wirtschaftssimulation. Wobei, das ist ein zu harmloses Wort, finde ich. Es ist eine Softporno-Wirtschaftssimulation, über die wir heute sprechen. Und das macht auch einen großen Teil des Reizes aus und ist vermutlich auch der Hauptgrund, warum das bei der aktuellen Abstimmung gewonnen hat. Ja, wir haben mehrere deutsche Wirtschaftssimulationen zur Auswahl gestellt und dieses hier hat gewonnen. Nach dem, was ich so lesen konnte von den Usern, wollten sie hauptsächlich sehen, wie wir uns damit schlagen, mit diesem leicht schwierigen Thema. Da schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, aber wir haben ja gerade schon von Claudia gehört. Wir sprechen hier nicht nur über ein Spiel, sondern auch über ein Phänomen. Ein kurzlebiges. Zwar im Endeffekt ist dieser Lula-Hype etwa zwei Jahre lang, aber es ist trotzdem ein Phänomen. Und wie immer gilt, wenn ein Spiel erfolgreich ist, dann muss an irgendeiner Stelle irgendeine gute Entscheidung gefällt worden sein. Die Entscheidung, da eine Wirtschaftssimulation draus zu machen, die ist es nicht. Denn in Deutschland der 90er Jahre ist das die niedrigste Hürde. Hey, wir machen eine Wirtschaftssimulation. Und auch Sex als Thema zu verwenden, ist keine wirklich wegweisende Entscheidung, wie wir gleich noch sehen werden, wenn wir über das Spiel und seine Entstehung und seinen Kontext reden. Beides zusammen für sich genommen ist aber schon mal eine gute Kombination. Die gute Entscheidung, die hier getroffen wurde bei Wet the Sexy Empire, die sehen wir auf dem Cover. Das hat eine schöne Big Box damals. Und da sieht man so einen Filmstreifen. Und hinter diesem Filmstreifen, da ist eine Folie drin. Und das hat so einen leichten 3D-Effekt, sieht man eine Blondine, die da lasziv liegt. Sie hat so einen Lack-BH an und man sieht, sie ist offensichtlich gut gebaut. Und neben dem Namen des Spiels steht auch Starring Lula. Das heißt, die gute Entscheidung war, das Spiel mit einer weiblichen Hauptfigur zu verbinden, die Strahlkraft hat. Ein Jahr bevor Wet rauskam, 1996, da hatten wir Tomb Raider. Ein attraktives Spiel, das aber durch Lara Croft als Hauptdarstellerin in die Stratosphäre katapultiert wurde, die dann zum Medienstar wurde. Und wir sehen hier die Wiederholung des gleichen Dinges in Deutschland. Ein für sich genommen schon interessantes Spiel wird erst richtig groß durch die Verknüpfung mit einer attraktiven Hauptfigur. Hier mit Lula als Aushängeschild. Hm. Bin gar nicht sicher, ob ich das mitgehe. Wer denkt denn, dass wir so früh an so einen Punkt kommen, wo ich in meinem festgefügten Konzept innehalten muss und nachdenken muss, ob ich deiner Meinung bin? Bin ich gar nicht sicher. Können wir das auch erstmal zurückstellen und behandeln erstmal die ganzen Standards über das Spiel? Nee, erstmal müssen wir erwähnen an der Stelle, was du ausgelassen hast, nämlich, dass das eine Comicfigur ist, die da auf dem Cover prangt. Das ist keine Realfigur und auch keine Renderfigur. Die Render-Inkarnationen der Hauptfigur Lula kommen erst in späteren Spielen. Dies hier ist eine Comicfigur, übertrieben gezeichnet. Ja, lass uns das mal zurückstellen, ob das der Grund ist, warum sich das gut verkauft hat. Oder ob das nicht, wie ich jetzt mal so spontan denken würde, doch viel mit Timing und dem Sexthema zu tun hat, das damals eine andere Durchschlagskraft hatte, als es das heute hat, glaube ich. Ja, ja, das kommt da natürlich mit rein. Aber wenn wir über die Bedeutung des Spiels reden oder über Gründe, warum es letztendlich dann dieses kurzlebige Phänomen wurde, da kommen wir an dieser Personalisierung nicht vorbei. Nee, dass es eine Hauptfigur hat, ist schon wichtig. Ich scheue mich nur, das in Bezug zu setzen zu Tomb Raider. Ich weiß auch nicht. Der Vergleich wurde früher öfter gezogen. Aber meines Erachtens aus einer Hilflosigkeit heraus, weil es einfach nicht so viele Beispiele gibt im Gaming. Nee, ich würde sagen, das war volle Kanne der Zeitgeist der späten 90er. Aber ja, das heben wir uns gleich auf für eine vertiefende Diskussion über das Spiel. Und wir werden natürlich auch ausführlich über die Entstehungsgeschichte sprechen. Wir haben mit diversen Leuten geredet, die beteiligt waren oder im Umfeld beteiligt waren und haben da interessante Sachen zu erzählen. Aber zunächst mal müssen wir den Kontext setzen, was jetzt das Genre angeht. Also die Wirtschaftssimulationen. Die deutschen Wirtschaftssimulationen kommen ja aus den 80ern und sind dort in erster Linie dann noch Handelsspiele. Also sowas wie Hanse, Vermeer, Ports of Call, also ernsthafte Spiele und Realismus bemüht. Das bleibt auch weiter ein wichtiges Segment in den Boomjahren, nämlich in den 90ern. Da haben wir dann Patricia und der Planer und natürlich die ganzen Fußballmanager, die ja auch da reingehören. Und in den 90ern, weil das eben so boomt in Deutschland, weil es das deutsche Genre schlechthin wird, sehen wir da immer mehr Masse und auch spitzere Themen. Da kommen dann so Sachen raus wie ein Winzer, wo man dann Weinberg managt oder Zeppelin, wo du eine Zeppelin-Fluglinie managt. Mitte der 90er macht dieses ganze Genre dann auch so eine Entwicklung hin ins Humorvolle, ins Witzige, ins Cartoonige. Da haben wir schon früh 1991 mit Mad TV ein wegweisendes Spiel. Aber das wichtige Jahr, da ist 94, da kommen dann sowas wie Pizza Connection und Mad News und Horat Deutschland. Das verschont ja später auch den Fußball nicht. Also bei sowas wie Anstoß 2 oder Hat-Trick, da wird ja dann auch diese Art von Wirtschaftssimulation auf einmal humorig. Vor allen Dingen, da wird dann auch eine Art von Zeichensstil populär, der als humorig gelten darf. Das ist bei allen diesen Spielen auf eine Art ähnlich, auch ob sie nun sexy sind oder nicht. Genau. Und das ist also dann ein Segment innerhalb dieses Genres, die humorige deutsche Cartoon-Wirtschaftssimulation, wenn wir es so nennen möchten. Und innerhalb dieses Segments gibt es einen kurzlebigen Trend, der ist insgesamt eigentlich nur fünf Jahre lang. Und innerhalb von diesem Trend befinden wir uns heute nämlich bei den erotischen, humorigen Wirtschaftssimulationen. Und das, würde ich sagen, ist ein ureigenes deutsches Genre. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und das definierende Spiel in diesem Genre ist nicht das, über das wir heute sprechen. Das ist nicht Wett, sondern das ist Bing von 1995. Aber Wett, über das wir heute sprechen, ist das bekannteste und erfolgreichste Spiel in diesem kleinen Genre. Ist in mancherlei Hinsicht ein Nachfolger von Bing. Es orientiert sich sicherlich stark an Bing. Aber es überschattet alle anderen Spiele in diesem kleinen Genre durch den schieren Medienrummel, der dann damit einhergeht. Und durch den Verkaufserfolg vor allen Dingen. Ja. Okay. Worum geht es denn da in diesem Spiel in Wett, The Sexy Empire? Was macht man da genau? Also im weitesten Sinne, wenn du von ganz oben guckst, will es eine Wirtschaftssimulation sein, die das Porno-Business simuliert. Und das ist ja, wie du schon ausgeführt hast, total naheliegend, weil die deutschen Wirtschaftssimulationsmacher suchen ja verzweifelt nach Branchen, zu denen es noch keine gibt. Ja, wir haben ja schon gehört. Der Winzer, die Spielezeitschrift. Ja, alle diese Sachen werden ausgearbeitet mit der bewährten Formel der deutschen Wirtschaftssimulation. Und in einem Sinn ist das hier die Suche nach einem neuen Thema für eine Wirtschaftssimulation. Aber das Erotik-Thema bietet sich stärker an, um dem das ganze Spiel unterzuordnen und nicht nur die Spielmechanik. Also wenn du halt der Winzer machst, um mal ein random Beispiel zu nennen, dann machst du halt nicht die ganze Zeit Weinwitzchen. Das ist halt einfach eine seriöse Branche. Und Porno oder Erotik ist eine Sache, die, ich weiß nicht, vielleicht ist es was Deutsches, wo man dann gerne so knichelt, wenn man davon hört. Nein, der hat Schwanz gesagt. Und so. Und dieser Sound, den hat das Spiel so ein bisschen. Das ist nicht explizit pornografisch logischerweise. Es ist überhaupt nicht durchgängig explizit, obwohl es viel mehr nackte Haut zeigt als das Bingen. Aber das Thema überschattet hier das Genre, würde ich sagen. Ja, aber es ist auch keine Parodie. Es ist, auch wenn es natürlich übersteigert ist und wenn es anzüglich ist und wenn es hier und da so ein Augenzwinkern hat, ist das per se eigentlich gar kein humorvolles Spiel. Also zumindest nicht als Hauptthema, sondern das möchte schon eine ernsthafte Wirtschaftssimulation sein. Das nimmt also sein Genre, seine Spielmechanik durchaus ernst. Sogar so ernst, dass das Spiel ja mit einem spielmechanischen Alleinstellungsmerkmal kommt. Also das ist die anderen, die existierenden deutschen Wirtschaftssimulationen, von denen es ja nun zu diesem Zeitpunkt, 1997, schon eine Fülle gibt, auch inhaltlich ausstechen möchte mit einem bestimmten System und zwar mit einer Dreiteilung. Die Macher von BAT nennen das damals das Drei-Stufen-System, denn das Spiel ist in drei Abschnitte geteilt, also in drei auch voneinander gelöste, separate Akte sozusagen. Das passt ja auch wieder zum Erotik-Thema. Und man arbeitet sich also im Spielverlauf durch diese drei Abschnitte. Der erste davon ist eine, durch eine Handlung, durch eine Story gerahmte Tutorial-Episode, wo der Einstieg von einem Pärchen ins Erotik-Business erzählt wird. Dann kommen wir in die zweite Phase und da geht es um den Aufbau und die Verwaltung eines Porno-Film-Studios, das man zur Größe führen muss. Und dann ist das Spiel aber damit noch nicht vorbei, sondern dann kommen wir in die dritte Phase, den dritten Spielabschnitt und da geht es dann darum, eine Sex-Shop-Kette in den USA aufzubauen. Die drei Stages haben alle eigene Ziele. Im Wesentlichen ist es eine Geldsumme, die man erwirtschaften muss, um in das nächste Stage zu kommen oder vom dritten Stage in das Ende. Aber was echt total krass ist und was ich selten in anderen Spielen gesehen habe, ist, wie unterschiedlich diese drei Teile sind. Die haben spielmechanisch fast nichts miteinander gemein. Richtig. Die teilen sich einen gewissen grafischen Look, aber auch nicht so sehr, ehrlich gesagt. Und die haben vor allen Dingen, und das ist total krass, eine komplett unterschiedliche UI, also eine komplett unterschiedliche Interface-Anmutung. Das Spiel gibt überhaupt nicht viel Wert auf Interfaces. Das ist ein generelles Problem, zu dem wir noch ein bisschen kommen. Es glaubt nicht an das Konzept des Interfaces, würde ich sagen. Aber die Art, wie die Screens gehandelt sind, die Art, wie das Spiel sich darstellt, wie das Spiel seine Informationen verwaltet, ist in allen drei Teilen relativ unterschiedlich. Und das ist sehr schräg. Ich würde sogar sagen, der erste Teil, den du als Tutorial-Teil bezeichnest, das ist gar keine Wirtschaftssimulation. Das ist nur eine Hinführung dahin. Ja, genau. Also der Kern des Spiels sind die Phasen 2 und 3. Überwiegend sogar die Phase 2. Aber wie du schon sagst, das ist bemerkenswert, dass das eigentlich drei Spiele in einem sind. Drei Wirtschaftssimulationen in einem, wenn man so möchte. Das ist auch gleichzeitig Alleinstellungsmerkmal und Problem von WET. Aber dazu werden wir dann noch kommen. Es beginnt auf ganz interessante Art und Weise mit etwas, was in Wirtschaftssimulationen noch einigermaßen ungewöhnlich ist zur damaligen Zeit, nämlich mit einer tatsächlichen Handlung. Also einer Story, die in einem Intro präsentiert wird, erzählt aus der Perspektive des Protagonisten eines Mannes, der da gerade in einem Pool irgendwo in einem heruntergekommenen Motel in den USA sitzt und in einer Rückblende davon erzählt, was passiert ist. Er war nämlich offensichtlich Teil eines Räubertrios mit einer Frau namens Betty und einem anderen Typ namens Billy, die in irgendeiner Kleinstadt im Südwesten der USA, in Saltonville, die Bank überfallen. Das sollte eine einfache Sache sein, aber dann geht etwas schief. Die einzige Ausnahme war dieser Sicherheitsbeamte, der den Helden spielen wollte, als wir die Bank verließen. Billy quittierte es mit einer Kugel in seine hohe Stirn. Als sich der vertrottelte Hilfssheriff an unserer Stoßstange heften wollte, stellte er fest, dass jemand seine Reifen fachgerecht in seinem Stilett beinhalten hatte. Die drei entkommen mit 600.000 Dollar, aber Betty und Billy hintergehen unseren Protagonisten und setzen ihn in der Wüste von Nevada aus und dann landet er in einem winzigen Wüstennest namens Vet Rock. Das wird also in einer Rückblende erzählt, während der Typ da am Pool liegt. Und dann sind wir wieder in der Gegenwart im Intro und dann kommt eine vollbusige Blondine herangestarkt, die sich als Lula vorstellt. Und dieses Intro liefert dann in einer knappen Minute auch eine vollständige Charakterisierung von Lula als Charakter. Hallo Mister, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich hatte nichts dagegen. Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass sie sich gleich auf mich setzt. Wow, was für eine Frau. Sie verströmte einen verführerischen Vanilleduft, der mich fast um den Verstand brachte. Was macht ein Mädchen wie du in einem gottverdammten Wüstencafé diesem? Sie hatte ihr Glück in Hollywood gesucht, aber außer ein paar liegenden Rollen auf Produzentenmatratzen waren ihr tiefere Einblicke ins Filmbusiness verwirrt worden. Dann habe ich mein letztes Geld zusammengekratzt und mir ein Ticket nach Vegas besorgt. Ich habe gehört, da suchen sie ständig nach Mädchen wie mir. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir ins Zimmer kamen. Vielleicht hat es in Hollywood nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt hatte. Aber die Matratzen-Nummer hatte sie voll drauf. Also die beiden landen im Bett und schmieden dann den Businessplan. Sie wollen Nacktfotos von Lula machen. Idealerweise vielleicht, wenn sie es sich leisten können, sogar Filme von ihr drehen und das verkaufen. Und das soll ihr Weg hier raus sein. Aber, und das gehört hier zum Spannungsbogen mit dazu, unser namenloser Protagonist ist ja ein gesuchter Verbrecher. Und wie wir dann schnell herausfinden werden, ist ihm das FBI auf den Fersen. Er hat also von Anfang an nur eine begrenzte Zeit, nur ein paar Tage, bevor sie ihn finden werden. Genau, das ist die Prämisse. Und dann steigt das Spiel ein mit dem ersten Screen. Und den würde ich ein bisschen beschreiben wollen, weil das ganz interessant ist, wie es das handelt. Wir sehen hier die Hauptstraße der Stadt Wedrock, da, wo die beiden untergekommen sind. Und jedes Gebäude hier, das man anklicken kann, ist ein Screen in dieser rudimentären Wirtschaftssimulation. Es gibt einen Sexshop, da kann man Sextoys kaufen. Es gibt eine Pfandleihe, da kann man Equipment versetzen. Aber viel wichtiger ist das Motel, hinter dem sich zwei Räume verbergen. Nämlich einmal der Raum, in dem die Fotos gemacht werden oder die Filmchen gedreht werden. Das Hotelzimmer, letztendlich, ja. Ja, Zimmer, genau. Und die Rezeption, wo man bezahlen muss, um hier zu bleiben. Und es gibt noch zwei Orte, die einem Equipment zuführen. Nämlich einmal den Videoladen, wo man eine Kamera derartiges kaufen kann und Filme entwickeln. Und die Chicken Farm, wo man Frauen anheuern kann, die mit Lula auf dem Film erscheinen. Und das ist alles relativ tight, überschaubar. Man kommt da relativ einfach durch. Und der Game-Loop, der da entsteht, ist auch relativ easy. Man kauft am Anfang das Equipment dazu. Soweit man sich das leisten kann, man hat am Anfang natürlich zu wenig Geld, wie es bei solchen Spielen so ist. Das Spiel läuft in Echtzeit und schaltet am Ende des Tages um. Auf den nächsten Tag, da gibt es eine kurze Ruhephase. Und da geht es am nächsten Tag wieder los. Und das beeinflusst auch, ob die Geschäfte aufhaben und derlei Dinge. Und im Wesentlichen macht man immer das Gleiche. Man hat das Equipment, dann macht man einen Film damit, mit der Lula oder Fotos. Dann verkauft man den Film bei einem Distributor. Und im Wesentlichen akkumuliert man hier langsam Geld. Auf eine ganz einfache Art. Und zwischendurch gehen halt die Videokassetten aus. Da muss man halt neue holen. Oder die Lula will eine andere Partnerin. Da muss man eine neue holen. Oder ein anderes Sextoy. Da muss man ein neues holen. Also man ist so eine Art Laufbursche dafür. Ja, das ist eine sehr gute Charakterisierung, genau. Das, was wir hier sehen, ist für jemanden, der deutsche Wirtschaftssimulationen gespielt hat in dieser Zeit, sofort vertraut. Das ist die Darstellung eines Menüs als Ort. Diese Hauptstraße ist ja letztendlich nur ein Menü, von dem aus du in unterschiedliche andere Bereiche des Spiels kommst. Aber die sind halt hier vergegenständigt. Auch in dem Hotelzimmer, da steht ein Kamerastativ. Und wenn du da draufklickst, dann kommst du in das Menü, wo es darum geht, den Film oder die Fotos zu machen. Also das ist genau der Visualisierungsstandard, wie wir ihn aus dieser Zeit kennen. Das ist auch völlig okay. Das funktioniert auch gut. Also da ist das alles sehr visuell. Das ist in der Hinsicht auch relativ selbsterklärend. Es hat sogar ein interessantes Feature, was einigermaßen progressiv ist für diese Zeit, wenn es nicht in Bing schon drin gewesen wäre, zwei Jahre vorher, von dem das offensichtlich inspiriert ist. Das hat nämlich einen Hilfescreen, der aber als Video gezeigt wird. Und wo das, was man auch im Handbuch nachlesen kann, einem nochmal erzählt wird. Und zwar von Lula. Bizarrerweise aber nicht von der Comicfigur Lula, die ja im Spiel präsent ist, die ja als Charakter dort vorkommt, sondern von einer Schauspielerin, die Lula verkörpert und die uns erklärt, was man in dem Spiel machen muss. Das klingt dann zum Beispiel so. An diesem lauschigen Plätzchen machen wir unsere Foto- und Video-Sessions. Das heißt, wenn wir nicht gerade etwas anderes tun. Zunächst musst du selbstverständlich eine Kamera und Filmmaterial besorgen. Sobald du eine Kamera gekauft hast, kannst du auf das Kamerastativ klicken, um eine Session zu starten. Im Menü wählst du aus, ob du Fotos oder ein Video mit mir machen möchtest. Dann musst du dem Ganzen nur noch einen Namen geben und es kann losgehen. Es sei denn, du hast vergessen, mich mit der Maus auszuziehen. Wir drehen hier schließlich keinen Heimatfilm. Also es ist ein frappierender Stilbruch, diese Erklärvideos zu haben. Aber unterm Strich ist der Gedanke, dass man hier nicht mehr im Handbuch blättern muss, sondern dass man sogar von einer Repräsentation einer Spielfigur erzählt bekommt, was hier zu tun ist, ist eigentlich ganz cool. Das ist eine interessante Idee. Es ist halt komisch, dass es so ein Stilbruch ist. Das Spiel ist ja voller Stilbrüche. Das hat schon im Intro angefangen. Das Intro ist eine Mischung aus Comicszenen und 3D-Grafik. Rendergrafik. Ja, Rendergrafik. Also Rendergrafik auf dem Standard von 97 oder vielleicht 95. Und diese sprechende Lula da, die gefilmte, ist halt Realfilm. Also das sind ja drei krass unterschiedliche Elemente, die man selten in einem Spiel zusammensieht. Ja, Flickschusterei ist das. Und das ist etwas, was uns durch das Spiel dann begleiten wird. Aber das klammern wir für den Moment mal aus und nehmen daraus in erster Linie mit, dass das Spiel aber an dieser Stelle ein erzählendes Spiel sein möchte. Denn wie du schon sagst, der Gameplay-Loop an sich in dieser ersten Phase ist relativ dünn und einfach. Aber es hat ja diesen Echtzeitablauf, diesen Tag-Nacht-Wechsel. Damit also auch eine Zeitabfolge, eine Abfolge von Tagen. Das Spiel beginnt am 1. Januar 1997. Und dann vergehen so langsam die Tage. Und jeder einzelne Tag wird beendet von einer kurzen Nachrichtensendung. Und diese Nachrichtensendung gibt ein Update, wie die Suche nach den drei Verbrechern, die da diese Banküberfallen haben, läuft. Das klingt dann zum Beispiel so. Das Pärchen, das im Zusammenhang mit dem Banküberfall in Saltonville gesucht wird, ist wieder aufgetaucht. Die junge Frau hatte in einem Supermarkt auf die Kassiererin eingeschlagen, nachdem sie versucht hatte, eine Dose Cola mit einem 1.000-Dollar-Schein zu bezahlen und die Kassiererin die Annahme verweigert hatte. Mittlerweile stellt sich die Frage nach dem Verbleib des dritten Täters. Das FBI wollte hierzu jedoch noch keine Erklärung abgeben. Man hört an dieser Nachrichtenmeldung schon ganz gut, finde ich. Das ist nicht humorvoll, was da erzählt wird. Das ist nüchtern und faktisch. Also da möchte das Spiel gar nicht parodistisch sein oder so, sondern das spielt das ganz straight. Man hat insgesamt acht Tage, bevor das FBI dann tatsächlich in Vet Rock ankommt. Und dann wird es knapp. Dann muss man entweder genügend Geld schon angehäuft haben, um sich gefälschte Papiere leisten zu können. Ab dann ist das Problem gelöst. Dann zieht das FBI wieder ab. Oder man kann sich ein bisschen mehr Zeit erkaufen, indem man die lokale Rocker-Bande anheuert, um die FBI-Agenten ein bisschen aufzumischen. Und wenn man sich zu viel Zeit lässt, dann wird man erwischt. Dann gibt es auch noch mal eine abschließende News-Meldung. Die finde ich ganz nett. Das klingt so. In einem kleinen Wüstenort namens Vet Rock wurde heute der dritte Täter des Bankraubs von Saltonville gestellt. Er hatte dort versucht, als Produzent von miesen kleinen Porno-Filmchen das nötige Geld für gefälschte Papiere zu machen. So viel Naivität verdient unser Mitleid. Da erlaubt sich das Spiel dann auch mal einen Anflug von Humor. Aber grundsätzlich will das hier schon so eine Tarantino-verarme-Episode erzählen, die aber mit diesem Moment, wo dieser FBI-Verfolgungsstrang gelöst ist, abgehakt und auch vergessen ist. Und für den Rest des Spiels spielt das keine Rolle mehr. Theoretisch ist man weiterhin der Protagonist und auch Lula hat eine Repräsentanz und die Interaktion zwischen dem Protagonisten und Lula gibt es schon weiterhin, aber sie findet auf einer anderen Ebene statt. Dieser rotzige Charme, den das hier zu diesem Zeitpunkt hat, weißt du, du heuerst da Rocker an, um das FBI zu verprügeln. Du bist in so einem schäbigen Motel. Du bist ein geflohener Verbrecher. Du kannst ja damit Geld verdienen, indem du im Klo des örtlichen Saloons Leute niederschlägst mit einem Baseballschläger, um dann zum Beispiel den Goldzahn, den sie dadurch verlieren, beim Pfandleiher zu verhökern. Genau. Dieser rotzige Charme, der sich dadurch ausdrückt, auch durch diese Gewaltanwendung des Protagonisten, den verliert es danach. Wahrscheinlich, weil es damit auch sagen will, dass das Heldenpärchen es jetzt geschafft hat und jetzt im seriöseren Business ist. Ich finde das aber ganz interessant, weil es auch so ein typisches Ding ist, was es manchmal in Wirtschaftssimulationen gibt. Weil es hat so Nebenaspekte, die man eigentlich fast nicht braucht. Man kann Geld verdienen in dem Spiel, indem man den Typen auf dem Klo verprügelt. Aber das braucht man vielleicht in den ersten fünf Minuten einmal und dann eigentlich nie wieder, weil man da zu wenig Geld mitverdient. Man kann in der Bar so einen Typen erpressen, indem man Sexfotos von ihm mit Lula macht und die dann seiner Frau zu schicken droht. Aber das sind so geringe Summen, das macht keine Delle in dein Einkommen. Man kann natürlich, wie in viel zu vielen Spielen auf der Welt, kann man auch ein Glücksspiel machen, also ein Würfelspiel machen. Das hätte es gar nicht gebraucht, meines Erachtens. Aber auch das, selbst wenn man das gut können würde, was, glaube ich, nicht so richtig möglich ist, ist da so wenig Geld verdient, dass man es gerade auslassen kann. Ja, vor allen Dingen, weil diese Mechaniken ja dann irrelevant werden, wenn wir in der zweiten Phase sind. Also selbst wenn die jetzt für die Spielmechanik dieser ersten Phase relevant wären, wenn das eine gute Abwägung wäre, zum Beispiel halt hier auch mit tatsächlichen Verbrechen noch weiterhin Geld zu verdienen, dann ist das etwas, was das Spiel in der zweiten Phase wieder sein lässt, wo wir dann ja, wie du sagst, in seriöse Pornobusiness einsteigen sozusagen. Da gibt es immer noch Sabotage von Konkurrenten, aber das ist auch dort eigentlich ein Nachgedanke. Das Einzige, was du übernimmst, ist das Geld und den Zeitcounter. Die Tage werden von da an dann weitergeschrieben. Man übernimmt nicht mal die Tantiemenzahlungen, weil man kann ja beim Distributor Filme abgeben und dann zahlt der täglich Tantiemen aus. Aber das ist auch vergessen. Die kommen dann in der zweiten Spielhälfte nicht mehr an, die Tantiemen. Wenn man aus Red Rock raus ist, dann hat man das Ganze hinter sich gelassen. Dann hat man es geschafft, weißt du, in der großen Stadt und so. Ja, deswegen dachte ich, wie gesagt, das ist eher so ein Tutorial, das ist wirklich das falsche Wort, weil dir wird hier keine richtige Spielmechanik beigebracht. Das ist halt so ein... Prolog, finde ich. Ein Prolog, ja, genau. Das ist ein sehr gutes Wort. Das ist ein Prolog. Und Prolog ist ja nur ein Begriff, der im Zusammenhang mit einer Geschichte Sinn macht. Und nominell wird diese Geschichte schon auch fortgesetzt. Denn sobald du die erste Phase beendet hast, kommt wieder so ein Realfilmchen, wo dir die echte Lula die Aufgabe erklärt, was jetzt zu tun ist. Wow, du hast es tatsächlich geschafft, uns aus diesem widerlichen Kaff rauszubringen. Jetzt kannst du dich endlich drum kümmern, mich zum Star zu machen. Wie das gehen soll? Lass uns ein Filmstudio eröffnen und professionell Filme produzieren. Das ist ja gleichzeitig auch eine Fortführung von dieser Geschichte. Also die beiden haben es jetzt geschafft, aus diesem Wüstennest rauszukommen und haben Geschmack gefunden daran an diesem Geschäft, haben das Potenzial erkannt und entscheiden sich jetzt als Geschäftspartner, das Ganze in eine neue Größenordnung zu führen, indem sie jetzt also ihr eigenes Sexfilm-Imperium aufbauen, ihr eigenes Pornofilmstudio. Man nimmt 50.000 Dollar Startkapital mit aus der ersten Phase und das Ziel ist ein monetäres. Man soll jetzt hier 2 Millionen Dollar an Kapital aufbauen. Das ist gar nicht so wenig. Also das wird uns eine ganze Weile beschäftigen, bis wir das schaffen. Und hier kommt jetzt also auch eine ganze Reihe von Spielmechaniken neu ins Spiel. Hier geht es jetzt zum ersten Mal dann zum Beispiel darum, auch Immobilien zu verwalten. Also Büros dazu zu kaufen. Es kommt die Personalverwaltung dazu. Wir stellen Leute ein. Die Filmherstellung erweist sich jetzt als eine mehrteilige Produktionskette. Man muss innerhalb dieser Kette kreative Entscheidungen treffen über die Art und Gestaltung der getretenen Filme. Und man muss sich auch um die Vermarktung kümmern. Also alles das, was man wirklich erwarten würde, was im Filmgeschäft dazugehört, ist jetzt auch hier im Spiel repräsentiert. Das ist ganz schön erschlagend, wenn man aus diesem Prolog kommt, weil das Spiel jetzt den Fokus so weit aufzieht, dass man jetzt nicht einfach so weiterspielen kann. Ich habe da das Gefühl, ich spiele gar nicht mehr. Ich muss jetzt arbeiten. Ja, weil man muss jetzt... Willkommen in der Wirtschaftssimulation. Ja, wie das halt nämlich so eine typische Wirtschaftssimulation halt ist. Um überhaupt diese Produktionskette in Gang zu bringen, die ja darauf basiert, dass man Filme macht. Da muss man so viel Vorinvestitionen tätigen und so viele Leute einstellen und Häuser bauen. Also da liegt so viel davor, dass man jetzt erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt ist und schon echt ganz schön stolz ist, wenn man überhaupt mal einen Film hat. Und das ist aber ganz schön. Also das ist ja unstrittig. Das hier ist jetzt der Kern des Spiels und auch der stärkste Teil von den dreien. Und sie haben hier diese erstaunliche Entscheidung getroffen, da realistisch sein zu wollen. In dem Spiel wurde eben noch Leuten den Goldzahn aus der Backe prügelt. Versucht man jetzt hier bei allem lustigen Look und erotischen Comicsequenzen und so schon irgendwie diese Filmproduktion realistisch zu fassen. Zumindest erstmal in den Gewerken, die dafür notwendig sind. Hier gibt es Tonleute und Cutter, die man einstellen muss und Lichtleute und Marketingleute. Also du brauchst halt 10, 12, 15 unterschiedliche Leute, um überhaupt mal sinnvoll zu produzieren. Und 12 Gebäude insgesamt später dann. Ich finde das sogar einigermaßen naheliegend, weil sich Wirtschaftssimulationen ja fast immer aus existierenden Geschäften herleiten. und deswegen auch beim Spieler, würde ich denken, eine Erwartungshaltung existiert, wie das wohl funktionieren wird, das Sex-Film-Business. Und diese Erwartungshaltung wird abgedeckt. Also die Produktionskette, die wir jetzt hier in Angriff nehmen müssen, die wir aufbauen müssen in Wett, die sieht auf den ersten Blick durchaus realistisch aus. Tja, ich würde sogar sagen, es übererfüllt da diesen Anspruch, den Wirtschaftssimulationsspieler realistisch haben. Ich hätte jetzt nicht als allererstes gedacht, dass man eine Props-Abteilung haben muss, die Bühnenhintergründe baut. Das brauchst du ja auch am Anfang gar nicht. Nee, das brauchst du auch am Anfang nicht. Aber es lässt nicht viel aus von den Sachen, die für einen Film dieser Art gebraucht werden. Du hast einen Casting-Director und du hast ja sogar einen Operateur, der deine Darsteller umoperiert, wenn die nicht gut genug gebaut sind. Also das Ganze ist ziemlich nah an der Vorstellung, wie ein Hollywood-Film produziert wird, was die Ausstattung und die Abteilungen angeht. Das ist jetzt weit entfernt von Pornofilmen, mieten sich irgendwo ein Hotelzimmer, um schnell eine Sexszene runterzukurbeln, sondern hier sind wir schon in dem Metier, wo ein ernsthafter Spielfilm gedreht werden soll. Naja, wobei das bleibt natürlich uns als Spieler überlassen. Wir können hier auch zehn Minuten mit einer einzigen Sexszene produzieren. Aber das Idealbild, auf das man hier zuarbeitet, mit den ganzen Gebäuden, die man dann kaufen kann, mit der ganzen Ausstattung, die man machen kann, mit dem Kulissenbau, mit der Nahvertonung und so weiter, ist der pornografische Spielfilm. Genau, das wird einem nahegelegt, dass das das Ziel ist. Ist rein ökonomisch nicht so effizient. Die Kurzfilme mit der Sexszene laufen besser und bringen mehr ein, also sind effizienter zu produzieren. Aber du kannst das schon machen. Das finde ich übrigens gar nicht. Also das ist natürlich auch ein valider Businessplan, das so zu machen. Aber das Spiel drängt uns in Richtung von diesen abendfüllenden Filmen. Und die sind ökonomisch auch die beste Wahl, meiner Meinung nach. Also zumindest meiner Spielerfahrung nach, die funktionieren, was jetzt den Umsatz, den später die Filme dann erbringen werden, besser als die kurzen. Ja, machen halt auch viel mehr Aufwand, brauchst du eigentlich nicht. Aber wurscht, das ist ja Kleinkram. Grundsätzlich hast du anfangs eine Infrastrukturaufbauphase und eine Personaleinstellphase, die wir gleich noch ein bisschen beschreiben können. Und dann geht der Loop so, dass du halt Filme planst und produzierst, zunächst Kurzfilme, dass du sie dann vertreibst und verkaufst, dass du die Einnahmen erhältst und die reinvestierst in umfassendere Filme, bessere Darsteller, ein optimiertes Studio. In jeder Wirtschaftssimulation muss es ja immer eine Bank geben, wo du Geld anlegst, was hier aufgrund der Zinssätze nicht so attraktiv ist. Und dann wiederholst du diesen Produktionszyklus mit einer stetigen Optimierung, bis du das Kapitalziel erreicht hast und in die nächste Phase darfst. Um nochmal auf das zurückzukommen, was du sagtest, ich finde das übrigens kein Kleinkram mit diesen unterschiedlichen Strategien. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich sogar ein Qualitätsmerkmal für eine Simulation, wenn es verschiedene Lösungsstrategien gibt. Es kann in dieser Phase valide sein, die schmuddeligen kleinen kurzen, billigen Filme zu machen, so wie du das beschrieben hast. Und es ist aber genauso valider und auch eine lukrative Strategie, tatsächlich in die großen Produktionen einzusteigen, die dann auch unterschiedliche Anforderungen haben. Wenn du die kleinen Filme drehst, dann heißt das, dass du eine Massenstrategie verfolgst, wo du in kurzer Folge immer wieder schnelle Filme drehst, das auch viel mehr Mikromanagement erfordert, die auch eine kürzere Zeit im Markt haben, also auch eine kürzere Lebenszeit. Und wenn du auf die großen Produktionen gehst, heißt das, dass du viel mehr Kapital vorab investieren musst, dass deine Darsteller, deine Orte, Drehorte und so weiter auch viel längere Zeit, also wir reden hier von maximal zwei Wochen lang, gebunden werden. Und du also viel längere Vorlaufzeit hast, bis der Ertrag kommt. Dafür sind das dann Filme, die viel mehr Geld einbringen, aber vor allen Dingen auch eine längere Zeit im Markt haben. Ja, das ist ein grundsätzlich okayer Punkt. Mir kam das so vor, als könnte man das Spiel sehr gut mit den kleinen Schmittelfilmen machen. Und man bräuchte da große Teile nicht. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das ein reines Kapitalziel hat. Das hat ja keine Zwischenziele oder so. Du musst ja nicht noch die Venus gewinnen oder sonst irgendwas. Durch dieses reine Kapitalziel ist es sehr gut möglich, die Gunnar-Strategie zu verfolgen und große Teile der zur Verfügung gestellten Elemente gar nicht zu benutzen, sondern da einfach so durchzurushen mit Billigproduktion. Was jetzt kein Problem ist und was, wie du sagst, ja gut ist, dass das Spiel so unterschiedliche Strategien ermöglicht, ist halt ein bisschen schade, dass man dann da auf diese Art vielleicht was verpasst. Aber es ist ja dann meine Entscheidung. Das ist dann deine Entscheidung, genau. Und wie gesagt, ich würde das dem Spiel erst mal zugute halten, dass es so eine gewisse Optionalität hat in den Dingen, die es dir anbietet. Es gibt ja zum Beispiel auch den Faktor der Qualität des Personals. Das ist bei jeder Art von Personal, das du einstellst, jeder Art von Angestellter oder Angestellten relevant. Also es gibt gute Kameraleute oder schlechte Kameraleute. Es gibt gute Cutterinnen und schlechte Cutterinnen. Aber am relevantesten ist es natürlich bei den Darstellerinnen und Darstellern. Da ist die Skala auch größer. Da geht das Bewertungssystem von einem bis zehn Sternen. Und du kannst natürlich jetzt eine Strategie zum Beispiel verfolgen, die darauf abzielt, dass du deine angeheuerten Leute besser machst. Da gibt es ganze Submechaniken dazu. Du kannst dir auch Fortbildungen schicken. Du kannst Schönheits-OPs vornehmen lassen, wie du das schon erzählt hast. Und dann werden die sukzessive besser. Und das regt immer so und die Fantasie an. Das sind ja meine Leute. Mit denen bin ich vom Anfang als Mini-Studio, wo wir noch auf schäbigen Matratzen gedreht haben. Dann habe ich die mitgenommen. Wir sind gemeinsam diese Reise gegangen hier bis zum Millionen-Studio. Das kannst du machen. Und natürlich produzieren die dann auch. Na, ich sage natürlich. Ich sollte das mit Vorsicht sagen. Und vermutlich produzieren die dann auch bessere Filme. Da berühren wir schon einen interessanten Punkt dieses Spiels. Aber genauso gut kannst du auch sagen, ja, was soll's. Meine Strategie ist, ich nehme die billigen Leute, wir kurbeln da die Dinger schnell runter und dann kostet es nicht viel, bringt auch nicht so viel. Aber unterm Strich habe ich trotzdem meinen Gewinn gemacht. Ja, genau. Ja, das ist ja wie im richtigen Leben. Ja, das ist wie im richtigen Leben, genau. Aber wie gesagt, wenn du das voll erfahren willst auf die Christian-Art, dann gehst du da durch eine Kette von Gewerken, wo du immer noch was hinzufügst. Es gibt massenhaft mögliche Themen für diese Sexfilme. Sexfilme kannst du die Hintergründe dafür bauen, ob das jetzt im Raumschiff oder im Krankenhaus gedreht werden soll. Was weiß ich. Das kannst du dir alles machen lassen. Nichts davon sieht man übrigens im Spiel. Nichts davon sieht man, genau. Das ist alles nur in Menüs. Das Spiel hat ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu Menüs und Visualisierung. Manche Sachen sind sehr deutlich, weil es halt in den grundlegenden Screens angelegt ist. Und immer dann, wenn es über den Screen hinausgeht, hast du fast nur noch Menüs und fast nichts anderes mehr. Und die Menüs sind teilweise sehr rudimentär sogar. Da ist kein durchgehender Stil mehr zu merken. Aber, weiß nicht, es ist schon bedienbar. Ich wollte eigentlich eine Kritik da jetzt äußern, aber ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich das so schlimm fand. Lass uns da gleich dazu kommen. Wir zählen noch schnell die dritte Phase. Sobald man die zwei Millionen angehäuft hat, gibt es wieder einen Cut und eine neue Aufgabe von Lula. Und der Hintergedanke ist sozusagen, die Sexfilmproduktion läuft jetzt, das Studio existiert. Das braucht nicht mehr unsere Aufmerksamkeit. Vermutlich hat man irgendwie eine kompetente Managerin angeheuert, die sich jetzt darum kümmert. Wir können jetzt das nächste Ziel in Angriff nehmen. Und da geht es jetzt um den Vertrieb. Wir sollen in den USA, was ja der Schauplatz von dieser ganzen Geschichte ist, eine Kette von sechs Shops aufmachen. Und nicht nur Filme verkauft werden, sondern alles Mögliche zu diesem Thema. Nun können wir uns fragen, ja, was kommt jetzt hier vermutlich dazu? Kommt jetzt eine richtige Warenwirtschaft? Müssen wir uns jetzt zum Einkauf und Preisgestaltung und Lagerhaltung von den ganzen Inventarkummern? Kommt jetzt ein noch komplexeres Personalmanagement bei diesen ganzen Filialen? Müssen wir die vielleicht sogar einrichten, wie man in Pizza Connection die Restaurants eingerichtet hat? Und die Antwort darauf ist, nö, nichts davon. Im Endeffekt ist das hier jetzt wieder eine viel reduziertere Mechanik, als wir sie in der zweiten Phase haben. Man kauft Filialen bestimmt mit ein paar Klicks die Ausstattung, also was in denen eigentlich angeboten werden soll. Mal so zum Beispiel Sexspielzeug oder Pornomagazine oder Videokabinen oder vielleicht sogar Stripshows. Und dann macht man Werbung für die und fertig. Das ist es eigentlich schon. Aber hier kommt jetzt ein viel stärkeres Logistikelement hinzu, ein Reisezeitmanagement. Denn man chattet im Flugzeug von Stadt zu Stadt in den USA, zwischen der Westküste und der Ostküste hin und her, wo die meisten von den Orten sind, an denen man tätig werden kann. Denn man kann immer nur dort, wo man gerade persönlich vor Ort ist, Entscheidungen treffen. Also wenn ich zum Beispiel das Werbebudget für meinen Shop in New York ändern möchte, dann muss ich da rüberfliegen. Da gibt es kein Telefon in diesem Spiel. Das geht nur persönlich. Oder wenn ich in New Orleans ein anderes Segment ins Programm nehmen möchte, also zum Beispiel jetzt auch erotische Spiele, dann muss ich da hinfliegen und das persönlich vornehmen. Und natürlich, je mehr Filialen ich habe, desto mehr wird Priorisierung wichtig. Wo werde ich gerade gebraucht? Was ist die wichtigste Entscheidung, die jetzt zu treffen ist? Wie lange wird mich das auch kosten, an Zeit jetzt da rüber zu fliegen? So chattet man also von Ort zu Ort und guckt, dass die Filialen, die man da aufbaut, auch Gewinn abwerfen. Das ist wieder ein ganz anderes Spiel als bisher. Also auch die Art, wie der Hauptscreen aufgebaut ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine USA-Karte logischerweise, um diese Orte anzufahren. Und der Hauptverwaltungs-Screen sieht wieder ganz anders aus als alle bisherigen Screens. Diese Metapher des Ortes, die sehr stark war in der ersten Phase mit dieser Hauptstraße, die wird leicht angedeutet in der zweiten Phase, in dem der Hauptort ein Büro ist. Und in der dritten Phase ist es quasi nur noch ein abstrakter Screen. Und dieser Teil ist, wie du ganz richtig sagst, das ist ein Reisemanagement-System, das ist ein bisschen vermehrartig. Du musst überall hinfahren. Und der Game-Loop ist halt, dann besuchst du die Städte, in den Städten optimierst du deinen Laden, du guckst, was die Konkurrenz macht, du sabotierst die Konkurrenz. Das Spiel hat nämlich eine Sabotage-Komponente, die in deutschen Wirtschaftssimulationen ja Pflicht ist. Gab es in Phase 2 auch schon, kannst auch von anderen Firmen dann sabotiert werden, die mit dir konkurrieren. Fährst in eine neue Stadt, kaufst da vielleicht einen Sexshop, wiederholst den Prozess in anderen Städten, da, 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 da. Und das ist der neue Loop, bis du die 50 Millionen erreicht hast. Und die 50 Millionen ist genau wie in Civilization der Start von Lula ins All. Gibt auch schon eine Repräsentanz auf der Karte, wo du dann draufklicken kannst, wenn es soweit ist. Und dann startet Lula ins All, besetzt einen Satelliten und dann ist das Spiel gewonnen. Genau. Und bis dahin hat man einiges an Spielzeit zurückgelegt. Also ich würde sagen, wenn ich so drüber nachdenke, bestimmt 10, 12 Stunden, die ich gebraucht habe, um diesen Punkt zu erreichen. Da ist einiges an Downtime mit dabei, aber nichtsdestotrotz, das ist erstmal eine ordentliche Menge für so eine Wirtschaftssimulation. Und bis hierhin jetzt diese ganze Beschreibung, die wir geliefert haben, da könnte man jetzt ja denken, okay, das ist also auf jeden Fall eine ernsthafte, bemühte Wirtschaftssimulation. Das würde ich auch so unterschreiben. Die wollen durchaus dieses System, das sie simulieren, nachvollziehbar abbilden. Man könnte denken, das klingt ja auch einigermaßen unterhaltsam. Mit Abstrichen können wir noch in einer Jahr heransetzen. Aber ist das Ganze auch gut gelöst? Das ist auch eine gut funktionierende Wirtschaftssimulation und spätestens da, denke ich, muss man sagen, eher nicht. Aber es ist trotzdem besprechenswert, wenn wir jetzt mal in das Urteil und in die tiefere Analyse reingehen, denn das ist ein lehrreiches Spiel, finde ich, weil es interessante Fehler macht und weil es so schön aufzeigt, was wichtige Elemente für eine Wirtschaftssimulation sind, die darüber entscheiden, ob das gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Und eines der ersten, fast wichtigsten Elemente, die ich da nennen würde, ist die Frage nach der Durchschaubarkeit. Eine Wirtschaftssimulation simuliert ja erst mal ein System. Das ist am Anfang immer intransparent und im Laufe des Spielens gewinnt man zunehmend Erkenntnis darüber, wie das funktioniert und wie man erfolgreich darin agiert. Also man beginnt, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in der Spielmechanik zu verstehen. Wenn ich das mache, dann kommt das dabei raus. Und damit das funktionieren kann, ist es wichtig, das richtige Maß an Transparenz darüber zu haben, wie das System funktioniert. Dass man gutes Feedback bekommt, dass die Ergebnisse reproduzierbar sind. Also, dass das Spiel transparent genug ist. Und da wäre jetzt meine Frage, wie gut gelingt denn das Wett für dich, Gunnar? Wie gut glaubst du, das Spiel und seine Mechaniken verstanden zu haben? Das ist eine gute Frage. Kann man sich bei jeder Wirtschaftssimulation immer stellen. Und hier gelingt es, worauf du ja sicherlich hinaus willst, nicht so besonders. Ich finde, es ist ganz interessant. Wir haben neulich für die Unterstützer auf Patreon und Steady das Spiel Mac gespielt. Also eine Wirtschaftssimulation, in der Zeitschriften simuliert werden, weil wir ehemalige Zeitschriftenredakteure sind und das uns mal angucken wollten. Und ich fand, das hat ein ähnliches Problem mit Transparenz gehabt. Und auch das hat ähnlich wie Wett viele unterschiedliche Mechaniken eingebracht, um Realismus zu erzeugen, um das Sujet, da die Computerspielezeitschrift, hier den Pornofilm, abzubilden in einer Vielzahl von Mechaniken. Und dann ist das Problem daran, hier wie da, dass man dann bei vielen Elementen, die Realismus erzeugen sollen, Toningenieur, Lichttechniker und so, schwer nachvollziehen kann als Spieler, welche Auswirkungen haben denn diese vielen Elemente? Wo ist meine Stellschraube? Was muss ich machen? Worauf lohnt es sich zu optimieren? Und wie ist der Wirtschaftskreislauf dahinter? Bringt das 1% mehr Abverkauf, wenn das Licht besser ist? 2% mehr Abverkauf? Bringt das gar nichts. Ist sehr schwer zu bemerken, außer durch superintensive Beobachtung, wenn man das denn machen will. Genau, also eine intensivere Beobachtung, als die bei einem normalen Spielen eigentlich gegeben wäre. Also du musst tatsächlich ins Experimentieren einsteigen und Situationen herstellen, die sich nicht aus dem natürlichen Spielverlauf ergeben, um überhaupt da einen Lernfortschritt zu machen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und analog zu Mac, was im Vorjahr erschienen ist, 1996, haben wir auch hier den Punkt, dass wenn eine Simulation zu realistisch sein möchte und diesen Realismus versucht zu erreichen, in dem immer mehr Variablen eingeführt werden, die Einfluss nehmen können auf das Ergebnis, dann wird es immer schwieriger für die Spielerin oder den Spieler, da noch die Transparenz herzustellen, welchen Einfluss welche Variable hat. Ich habe ja vorhin zum Beispiel schon kurz gestutzt, als es darum ging zu beschreiben, wie wirkt sich denn eigentlich die Qualität unserer Darstellerinnen und Darsteller auf das Ergebnis aus. Also wenn eine Darstellerin 10 Sterne hat im Vergleich zu einer, die einen Stern hat, was für einen Unterschied macht das am Ende für den Film, der dabei rauskommt. Und die Antwort darauf, die wir hier an dieser Stelle geben können, ich spreche mal für uns beide schon gleich und ich glaube, ich stelle mich jetzt hier ans Fenster und sage, die Antwort, die jeder da draußen, der Wett jemals gespielt hat, geben muss darauf ist, wir wissen es nicht. Denn es fließen so viele Dinge ein in die potenzielle Qualität eines Films. Qualität ist ja auch schon das falsche Kriterium. Es gibt keine Metrik im Spiel, die die Qualität des Ergebnisses beurteilen würde, außer den Umsatz, den das dann macht, den Verkaufserfolg. Ein Film hat ja zum Beispiel nicht nur eine Darstellerin in der Regel. Ist möglich, kannst du machen, aber meistens haben die Produktionen mehrere. Allein dadurch wird das Ganze ja schon verwaschen. Aber dann kommen so viele Faktoren rein, diese ganze Produktionskette, die Qualität der Ausrüstung, der Props, die Kulissen, der Kameramann, die Beleuchtung, der Schnitt, die Vertonung, die Synchronsprecherinnen und so weiter. Es wird mehr und mehr. Es wird ein Haufen von Dingen, die Einfluss haben auf das Ergebnis. Und dadurch wird es immer schwieriger zu verstehen, was diese einzelne kleine Stellschraube eigentlich für einen Unterschied macht. Und in Wett ist das nachgerade unmöglich. Ja, das ist richtig. Es hat generell einfach ein bisschen viel von allen Sachen, die du nicht so dringend brauchst und die das Gameplay aufblähen. Und weil es halt dann nicht so transparent ist, ist das auch nicht unbedingt nur zum Vorteil. Eine Kleinigkeit am Rande ist, wir haben beschrieben, dass es in diesem Prolog-Level, wo das ja auch gut hinpasst, diese Biker-Gang gibt, der du befehlen kannst, dass sie dir das FBI vom Hals halten, was so eine Art Verzögerungsmechanik ist, um die Spieldauer zu verlängern. Diese Biker-Gang ist einfach mitgekommen in die große Stadt jetzt, chillt da auf dem Parkplatz und wartet jetzt darauf, dass sie Leute für dich sabotieren kann und so. Ist aber eigentlich ein überflüssiges Element, das hier auch nicht mehr gut reinpasst, das im ersten Teil ganz cool war, aber hier ist es einfach ein Screen mehr, den man eigentlich nicht braucht. Das hat so eine Ökonomie hier der Screens, das hat von allem ein bisschen viel. Das ist überfrachtet. Ich habe hier mal drei Beispiele dabei, die mich umtreiben. Und da du ja bekannterweise der Wettexperte bist, der Wettdurchschauer, stelle ich dir jetzt mal in der Hoffnung, da eine qualifizierte Antwort zu bekommen. Eigentlich ist meine Hoffnung, dass du daran scheitern wirst. Aber ich stelle dir die Frage mal. Man kann ein eigenes Gebäude kaufen auf diesem Studiogelände, nämlich einen Aufenthaltsraum für die Schauspielerinnen und Schauspieler und kann diesen Aufenthaltsraum dann ausstatten mit allerlei Dingen, mit Pool, mit einer Getränkebar, mit Sport- und Fitnessgeräten und so weiter. Was bewirkt das? Ich hätte gedacht, dass es die Zeit zwischen den Drehs verkürzen kann, dass die eine Ruhepause danach brauchen und diese Ruhepause kürzer wird. Ich habe das aber nicht überprüft. Die brauchen keine Ruhepause. Jede Darstellerin, jeder Darsteller kann sofort wieder in den nächsten Film. Fängt einfach wieder an. Ja, dann weiß ich es nicht, Baby. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte angenommen, dass es die Zufriedenheit der Darstellerin erhöht, aber es gibt keinen Zufriedenheitswert. Also zumindest keinen, den man irgendwie erkennen könnte. Oder dass es die Wahrscheinlichkeit senkt, dass sie zur Konkurrenz wechseln. Aber mir hat nie jemand gekündigt. Ich habe nie jemandem das Gehalt erhöht, obwohl das theoretisch geht. Aber das entpuppt sich dann nur als ein weiteres überflüssiges System. Okay, nächste Frage. Warte mal, ich finde den Screen so interessant. Das ist so eine Pool-Szene, die dann gezeigt wird. Und du kannst wirklich alles hier kaufen. Einen besonderen Pool, eine Bar. Du kannst relativ viel Geld für ausgeben. Und das wird Weser visualisiert, noch erklärt, was das bewirkt. Das ist echt ein bisschen schräg. Aber es ist eine der wenigen Szenen in diesem Spiel und eine der wenigen Szenen in Spielen überhaupt, wo man einen Penis sieht. Ja. Da ist nämlich ein männlicher Darsteller offenkundig im Zustand der Erschöpfung und dessen schlaffes Glied offenkundig glüht vom letzten Einsatz. Das ist alles ein bisschen lustig. Am Ende im Abspann siehst du ja nochmal zwei Penisse. Dieses penisförmige Raumschiff. Naja, okay. Aber du siehst ja dann im Schattenriss auch nochmal den mächtigen Schwengel unseres Protagonisten. Das ist die wahre Belohnung, das Spiel durchgespielt zu haben. Aber nächste Frage. Etwas viel Fundamentaleres, wie ich finde. Das Spiel erlaubt dir ja, Entscheidungen darüber zu treffen, wie die Filme gestaltet werden sollen. Also wie viele Szenen darin vorkommen sollen und was für Szenen das sind und was für ein Thema der Film haben soll und sowas. Und eine der Einstellungen, die man da vornehmen kann, ist zu entscheiden, ob das ein Hardcore-Porno, ein Softcore-Porno oder ein Family-Film werden soll. Was ist da der Unterschied, Gunnar? Was für Auswirkungen hat das? Ich habe diese ganze Funktion überhaupt nicht begriffen, was die in diesem Spiel macht. Also das Spiel ist ja eindeutig spezialisiert auf eine bestimmte Art von Erotik. Das wird doch jetzt keinen Familienfilm machen wollen. Ich habe diese Familienfilmoptionen nie angewählt. Also mir ist das vollkommen schleierhaft. Ich weiß auch nicht, was für Auswirkungen das hat. Ich habe mal Familienfilme produziert, mal Soft-Porno-Filme, mal Hardcore-Porno-Filme. Ändert nichts, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ob wenn es irgendwas ändert, kann ich es nicht erkennen. Aber die Frage, die mich am meisten umtreibt, die dritte, die muss ich dir jetzt auch noch stellen. Das kostet mich den Schlaf. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Wie funktioniert eigentlich die Putzfrau? Ah, ich habe gedacht, die Putzfrau, die ist eine Abwehrfunktion gegen ein Zufallsereignis. Ja. Es gibt nämlich das Zufallsereignis, dass alles total dreckig ist und dass dann der ganze Laden zwölf Stunden lahmgelegt wird, während da aufgeräumt werden muss, weil alle mit anfassen müssen. Und wenn du die Putzfrau hast, kommt dieses Zufallsereignis nicht. Hätte ich auch gedacht. Das kommt aber trotzdem. Nein. Oh, ich bin so enttäuscht. Ich hatte es halt nicht mehr, nachdem ich eine Putzfrau hatte. Ach, ich hatte das noch häufig genug. Ich habe mich dann auch bemüht, eine möglichst hochwertige Putzfrau einzustellen. Aber das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich finde das so symptomatisch für die Art und Weise, wie Wett funktioniert. Denn jede Person, die du einstellst, jede Funktion, jeder Beruf hat eine Repräsentation in der Grafik. Ein eigenes Büro, also zum Beispiel im Schnittbüro, da sitzt die Katharin am Schreibtisch. Und da kannst du da draufklicken und das besetzen. Nur die Putzfrau nicht. Die hat keine Repräsentation im ganzen Spiel. Wenn du sie eingestellt hast, ziehst du sie nirgendwo. Du kannst sie nirgends anklicken. Du weißt also überhaupt nicht, ob sie eingesetzt ist oder nicht. Du weißt nicht genau, wofür sie da ist. Man kann auch mehrere einstellen. Keine Ahnung, ob diese Rettonanz sinnvoll ist oder nicht. Und ich kann nirgendwie erkennen, ob die in irgendeiner Form effektiv ist. Außer es erspüren, wie du sagst, ob dieses Zufallsereignis jetzt häufiger kommt oder nicht. Aber wie soll ich das beurteilen? Es kommt bei mir trotzdem. Es ist also, es ist alles so schleierhaft. Ich bin so enttäuscht, dass das Zufallsereignis da noch kommt. Da muss ich ja ein horrendes Glück gehabt haben, dass ich das danach nicht mehr gekriegt habe. Manchmal gibt es so Eins-zu-eins-Zusammenhänge, die schon erkennbar sind. Du kannst zum Beispiel einen Pförtner einstellen und den bewaffnen. Und zumindest bei mir war das so, sobald ich einen Pförtner eingestellt habe, kam das Zufallsereignis Feministinnen stürmen das Studiogulende und protestieren, was auch wieder ein paar Stunden Zeit kostet, nicht mehr. Also tatsächlich gar nicht mehr. Da hätte ich gesagt, ist dieser Zusammenhang feststellbar. Jetzt könnte es aber auch sein, dass es einfach Zufall war. Aber du weißt es halt einfach nicht. Ich glaube, das ist so geplant. Also das Spiel ist ja generell nicht ganz bugfrei. Ich nehme mal an, dass halt diese singulären Funktionen, die keine offenkundige Connection zum Filmemachen haben und die sich nicht auf den Film auswirken, dass die einfach sind, um Zufallsereignisse abzuwehren. Und wenn die trotzdem kommen, dann ist es halt, weiß nicht, entweder Pech oder ein Bug. Ja, oder es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung im Hintergrund, aber man wüsste halt gern, wie die funktioniert. Die deutschen Wirtschaftssimulationen sind verschrien dafür, gerade in dieser Ära, dass sie Statistikmonster sind. Und Statistiken sind verpönt, weil sie halt auch relativ trocken sind. Aber Statistiken sind ja ein wichtiges Mittel zum Zweck. Sie geben nämlich Feedback. Sie geben dir einen Überblick, einen Einblick in die Simulation, wie sie funktioniert. Sie sind gute Hilfsmittel. Und das merkt man dann, wenn sie fehlen. Wett hat fast keine Statistiken. Also tatsächlich praktisch gar keine. Und wie hätte ich mir die gewünscht in dem Spiel? Also um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Man dreht ja da Filme. Und in diese Filme fließen jede Menge Kostenfaktoren ein. Gagen für die Darsteller, das Aufnahmeequipment, die Kulissen, die ganzen Produktionsschritte hinterher und so weiter. Natürlich gibst du die Filme dann in den Verkauf und dann erwirtschaften sie Geld. Und zwar indem jeden Tag halt immer ein paar Order reinkommen, liefern mir den Film so oft für Summe X und so weiter. Und das summiert sich dann halt im Laufe der Zeit über viele Tage, wo der Film Geld macht. Das heißt, er hat erstmal Kostenvorsacht und hinterher macht er Geld. Und man möchte meinen, man könnte für jeden einzelnen Film, den man produziert, jetzt mal gucken, wie viel hat er mich eigentlich gekostet unterm Strich und wie viel habe ich eigentlich mit dem verdient, um zu gucken, ob sich das gelohnt hat und auch vielleicht besser beurteilen zu können, welche Entscheidungen in der Gestaltung des Films denn eigentlich Einfluss hatten. zum Beispiel auch auf die Kosten. Aber sowas gibt es nicht. Es gibt für den einzelnen Film überhaupt keine Informationen mehr. Du kannst ja nach Ende der Dreharbeiten nicht mal mehr sehen, um was für einen Film es sich handelt. Wenn ich da vor einigen Spielstunden mal die Entscheidung getroffen habe, einen Softporno zum Beispiel zu drehen, das sehe ich nie wieder. Diese Entscheidung ist in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, ist sie verschwunden. Der Film hat hinterher nur noch einen Namen und sonst nichts mehr. Ich sehe nicht mehr, wurde der geschnitten oder vertont? Und wer hat denn da eigentlich mitgespielt? Wie lange ist denn der eigentlich? Was für eine Laufzeit hat dieser Film? Nichts mehr. Die einfachsten Dinge sind dann im Orkus. Das ist so unglaublich. Aber du hast doch gemacht, was ich auch gemacht habe und hast dem Film einen so sprechenden Namen gegeben, dass du wusstest, wie du den produziert hast mit so einem Zahlencode und so. Also nicht irgendwie Lula lutscht oder sowas, sondern halt so einen Namen wie, keine Ahnung, sieben Darsteller, zwei Cutter und so weiter. Ja, wie cool. Ich habe das Gleiche gemacht, genau. Und man hat dann halt so ein Workaround. Aber irgendwann war mir das zu blöd, auch als ich das Gefühl hatte, dass das unterm Strich eigentlich gar keinen großen Unterschied macht oder ich zumindest eh nicht beurteilen kann, was für einen Einfluss das hat. Und ich für mich das Gefühl hatte, die wesentlichen Faktoren, die über die Qualität eines Films oder das Umsatzpotenzial entscheiden, sind, wie lang ist der, also was für eine Laufzeit hat er und wie viele Darstellerinnen und Darsteller hat er. Ich würde sagen, mit zu viel Sicherheit, wie man halt haben kann in diesem Spiel, dass das die wesentlichen Einflussfaktoren sind. Und als ich zu dieser Erkenntnis kam, zu dieser vermeintlichen, habe ich dann angefangen, meinen Film wieder vernünftige Namen zu geben. Und ich muss sagen, ich bin dann nachher sehr erfolgreich geworden als Produzent von Pornos wie Call of Duty Black Cox oder Little Dick Adventure, Sexcom Akokalypse oder meinem Liebling der schwarze Sauger Schatten über Rita. Ich habe befürchtet, dass es ein Segment in diesem Podcast geben würde, wo du das tust. Naja. Naja gut, ich bin bis zum Ende bei meiner eher funktionalen Benennung geblieben. Hm, nachvollziehbar. Und habe versucht, damit irgendwas rauszukriegen. Ja, also um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, damit eine Wirtschaftslimulation gut funktioniert, muss man als Spielerin, als Spieler in der Lage sein, zumindest nach einer gewissen Phase des Lernens qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Und das Spiel muss einem ermöglichen, diese Entscheidungen qualifizieren zu können. Und das macht Wett nicht, also macht es bei ganz grundsätzlichen Sachen nicht. Also um noch ein Beispiel zu nehmen aus Phase 3. Wir müssen ja da Sexshops aufbauen. Kauft also eine Immobilie und dann hat die eine gewisse Ausstellungsfläche und dann kann man entscheiden, was in diesem Sexshop angeboten werden soll. Da gibt es zwölf verschiedene Kategorien. Also wie gesagt, sowas wie Porno-Heftchen, Porno-Filme, Strip-Shows und so weiter. Und nachdem man für diese Filialen ja nicht so wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten hat, ist das halt eine ziemlich fundamentale Entscheidung. Was biete ich denn da eigentlich an? Zumal das Spiel unterscheidet zwischen Shops, die im Stadtzentrum und welchen, die zum Beispiel eher am Stadtrand sind, was ja nahelegt, dass es da vielleicht irgendwie einen qualitativen Unterschied gibt, wo man annehmen könnte zum Beispiel, naja, vielleicht funktioniert am Stadtrand besser eine Piepshow und im Stadtzentrum vielleicht eher Medienangebote. Aber um da eine Entscheidung treffen zu können, bräuchte man halt irgendeine Form von Entscheidungsgrundlage, irgendein Feedback, das einem ermöglicht, zu entscheiden, biete ich jetzt hier lieber Reizwäsche an oder Sexspielzeug. Und die Entscheidungsgrundlage ist nicht da. Das gibt es hier einfach nicht. Ja, man muss sich durch das Spiel durchfühlen und hoffen, dass man da die richtigen Entscheidungen trifft. Und es hat bei mir immer dazu geführt, dass ich halt den Weg des Spiels nicht so mitgegangen bin, sondern versucht habe, Abkürzungen zu finden und einfachere Wege, was dem Spielgenuss ein bisschen entgegensteht, vor allem auch in der zweiten Phase. Wie gesagt, das Spiel ist ja lustiger, auch für dich als Spieler, wenn du dem lustige Namen gibst, aber wenn dir halt eine Möglichkeit fehlt, um deine Filme zu verwalten in irgendeiner Form und zu wissen, was du da gemacht hast, dann muss ich das halt über den Namen lösen und das ist eigentlich Spielspaßkontrier und das sind so Entscheidungen, die man in diesem Spiel dann halt leicht trifft, um diese Intransparenz zu bekämpfen. Aber generell, wenn wir schon bei dem Thema Intransparenz sind, das ist ja, wie du sagst, ein wesentlicher Aspekt von Wirtschaftssimulationen und das ist hier ja generell, man merkt halt, wenn man so die Kriterien einer Wirtschaftssimulation durchgeht, wie rudimentär vieles ist. Ja. Strategieentwicklung, langfristige Entscheidungen zu treffen, ja, muss ich das überhaupt, ja, oder ist der Loop relativ einfach und wird erholt sich dann halt oft. Wie realistisch ist die Simulation? Ist vielleicht total realistisch, aber wir wissen es halt nicht. Wie agiert das Spiel mit der KI? Also es gibt ja theoretisch Gegner im Spiel, die du aber kaum wahrnimmst. Die drehen halt auch irgendwie Filme und haben Sexshops in den Städten. Was die genau machen, hin und wieder sabotieren sie dich mal und hin und wieder sabotierst du sie mal, aber du lernst nichts von denen durch die Beobachtung und du hast auch sonst mit denen keinen Kontakt. Und das Interface-Design, einer der wesentlichen Aspekte, um Wirtschaftssimulationen ja spielbar zu machen mit ihren überbordenden Informationen, ist auch nicht konsistent gehandhabt. Ich finde das nicht so schlimm. Ich habe vorhin kurz angesetzt, um über das Interface zu lästern, aber außer, dass es nicht so schön aussieht, kommt man eigentlich ganz gut damit durch. Aber ich finde auch das wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, was für Fehler man vermeiden sollte. Regelmäßige Hörer von Stay Forever wissen, dass ich eine Schwäche habe für Information Design, also für die Kunst, wie man Informationen so auswählt und vermittelt, dass sie schnell und korrekt verstanden werden. Und hier ist Wett jetzt ein Beispiel für schlechtes Information Design. Mit einem konkreten Beispiel, nämlich in der Studiokarte in Phase 2, wo die Immobilien zu sehen sind, da gibt es nämlich einzelne Gebäude, die da dargestellt sind, was ja eigentlich sehr schön ist und was auch sehr schön ist, da gibt es eine Texteinblendung über dem jeweiligen Gebäude, die anzeigt, wenn etwas in Arbeit ist. Also wenn zum Beispiel gerade ein Filmdreh im Gange ist in einem der Studios, was in der Regel anzeigt, dass da gerade nichts zu tun ist. Dieses Studio ist ausgelastet, also für mich als Spieler ist da gerade nichts zu tun. Der Film wird gedreht, okay, läuft. Aber das ist halt nicht konsistent. Da gibt es nämlich zum Beispiel das Lager und da zeigt die Texteinblendung über dem Haus an, wenn eine Order eingegangen ist. Also da bedeutet die Einblendung, dass etwas für mich zu tun ist, das komplette Gegenteil. Und im Castingbüro, wo Bewerbungen eingehen können im Zeitverlauf, da kommt auch eine Einblendung, aber nicht über dem Büro, sondern in der Fußzeile dieses Bildschirms. Das ist in der eigentlichen UI, die übergreifend ist. Da kommt das, komischerweise. Ja, also der gleiche Anwendungsfall ist auf drei verschiedene Arten und Weisen gelöst. Aber das eigentlich Erstaunliche ist, dass wenn nämlich tatsächlich mal etwas passiert, was relevant für mich ist, nämlich wenn irgendetwas fertiggestellt wird, wenn ein Film fertig gedreht ist, wenn der Cutterin fertig ist mit dem Schnitt, dann wird mir das überhaupt nicht angezeigt. Weder auf dieser Studiokarte noch irgendwo sonst im Spiel. Das ist halt gedankenlos. Da musste im Verlaufe der Entwicklung des Spiels das gleiche Problem mehrmals gelöst werden und dann wurden da unterschiedliche Lösungen oder gar keine dafür gefunden. Und um auch noch eine Sache kurz zu erwähnen, weil das nämlich eine Erfahrung ist, von der ich mir sicher bin, dass jeder Wettspieler die teilt. Der Schrecken dieses Spiels sind die Scrolllisten. Und zwar insbesondere die Scrollliste im Sexshop in Phase 2. Das ist eine Liste, in der stehen 144 Einträge von Sexspielzeug, aber es sind nur 10 davon gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen. Und um nach unten zu scrollen, klickt man auf einen Pfeil, der die Liste dann um einen Eintrag nach unten verschiebt. Das heißt, um zur untersten Produktkategorie zu kommen, das sind die Teddybären, muss man mehr als 130 Mal klicken. Okay, aber das Faszinierende ist, das muss dem Entwicklerteam dann gegen Ende der Produktion auch aufgefallen sein, dass das ungünstig ist. Denn sie haben sich nachweislich gefragt, wie sie das lösen könnten. Und man muss dazu sagen, es gibt im Jahr 1997 schon lange probate Lösungen für genau diesen Fall. Zum Beispiel einen Doppelpfeil, mit dem man eine ganze Seite weiterblättern kann. Oder einen Scrollbalken. Aber das ist nicht das, wofür sich das Team entschieden hat. Ihre Lösung, die wir heute noch in Wett sehen, war einfach aus jeder Produktkategorie ein Produkt nach oben zu stellen, sodass die ersten 24 Einträge der Liste jeweils ein Produkt aus jeder Kategorie enthalten. Also man muss zu den Teddybären jetzt nicht mehr ganz nach unten scrollen, sondern nur noch bis Eintrag 24. Da steht dann einer davon. Und das ist schon irgendwie hilfreich. Aber was, wenn man nicht genau den einen Random Teddy haben will, der halt jetzt da oben steht, sondern ein günstigeres oder ein besseres Modell, dann muss man weiterhin nach unten klicken. Zumindest in der Release-Version von Wett, denn das Problem kommt dann offensichtlich nochmal auf den Tisch. Wett bekommt nach seinem Erscheinen fünf Patches und mit der Version 1.69e kriegen diese Listen nochmal ein Usability-Update. Das sieht so aus, dass jede Liste jetzt automatisch scrollt, wenn man den Mauszeiger über den Scroll-Pfeil bewegt und ihn dort lässt. Und dieses automatische Scrollen läuft ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit, wie wenn man von Hand klicken würde. Was bedeutet, ich habe das gestoppt, dass man der 6-Shop-Liste bis zum untersten Teddybär 48 Sekunden lang beim Scrollen zuschauen darf. Und bei aller Liebe, das ist keine Lösung, das ist die Kapitulation vor dem Problem. Und zwar vor einem trivialen Problem. Das Spiel wirkt an vielen Stellen auch durch solche Sachen unfertig und auch ungetestet. Nicht so sehr nur, weil es buggy ist, sondern weil man halt einfach das Gefühl hätte, wenn man da jetzt nochmal in Ruhe drüber geschaut hätte mit ein bisschen Zeit und ein bisschen Auge, dann hätte man vielleicht zwei, drei Sachen weggestrichen, zwei, drei Sachen gleich gemacht, die jetzt ungleich sind, vielleicht ein intelligentes Alert-System gefunden und vielleicht eine schönere Art, das Geld darzustellen oder so, als das nur unten am Bildschirmrand einzublenden. Also da hätte man sicherlich noch andere Sachen gefunden. Ich habe das Gefühl, das ist einer gewissen Eile geschuldet, so wirkt das. Aber an anderer Stelle ist es ganz schön verschwenderisch auf seine Art. Es hat relativ viele Screens, die alle detailliert gezeichnet sind in diesem spezifischen Comic-Stil. Es hat vergleichsweise auch viele Zwischensequenzen, zumindest mal am Anfang. Und es hat auch noch immer so Gags in vielen Screens drin. Also viele Screens sind nicht animiert, manche Screens sind animiert. Gibt es nicht so richtig eine Regel zu, aber auch da hatte ich das Gefühl, die wollten gerne alle Screens animieren und sind halt nicht fertig geworden. Und dann gibt es aber in der Hauptstraßenszene den Red Rock am Anfang, da fliegen so Penisvögel über den Bildschirm manchmal und dann kannst du sie mit so einem Fadenkreuz abschießen. Hat keine weitere Funktion, ist aber irgendwie ganz lustig. Oder in der zweiten Spielphase im Büro kannst du eine Sekretärin einstellen, die dann in diesem Büro sitzt. Die sitzt da die ganze Zeit, aber wenn sie nicht eingestellt ist, kannst du sie nicht anklicken. Und die hat gar keine Funktion, außer dass du sie ausziehen kannst mit ein paar Klicks. Dafür hatten sie dann Zeit, das ist drin. Und an anderer Stelle hat man das Gefühl, da hätte noch ein bisschen Polishing gefehlt. Das wurde nicht gemacht. Ja, natürlich ist das drin, würde ich sogar sagen, weil Kernversprechen des Spiels ist ja letztendlich den Voyeurismus zu befriedigen. Ja, auf der einen Seite schon auch eine spielbare und vielleicht sogar anspruchsvolle Wirtschaftssimulation zu liefern, aber gleichzeitig auch das Bedürfnis, die Erwartungshaltung zu befriedigen, dass man hier einfach nacktes Fleisch, weibliches Fleisch zu sehen bekommt. Und wir sagen es an dieser Stelle nochmal explizit, obwohl es eigentlich aus vielem von dem, was wir gesagt haben, schon selbstverständlich hervorgeht. Das ist natürlich ein sexistisches Spiel. Und es ist sogar an diesen Stellen wie dieser Sekretärin ein unangenehm übergriffiges Spiel, weil da ja Figuren im Spiel drin sind, die nur dafür da sind, auf unseren Mausklick ausgezogen zu werden. Und das ist auch nicht die einzige Stelle. Es gibt fast in jedem Screen irgendeine Art versteckten Gag, wo man eine Figur dazu bringen kann, mal die Bluse hochzuziehen. Oder es gibt Zufallsereignisse, wo man Mitarbeitende beim Sex beobachten kann und sowas. Aber hauptsächlich geht es natürlich, dass wir nicht nur mit dem höchstischen Blick, sondern auch mit dem höchstischen Klick in diese Welt greifen können. Und das ganze Personal ist eigentlich nur dafür da, um im Zweifelsfall vor uns blank zu ziehen. Ja. Nun hat so eine, du hast es ja vorhin schon gesagt, die Simulation sollte ja idealerweise so einen Anspruch von Realismus haben bei einer Wirtschaftssimulation. Und wir können jetzt hier schwer beurteilen, wie realistisch die ist, weil sie halt schlichtweg so intransparent, so obskur ist, die Simulation. Aber es kann ja trotzdem auch mit einer obskuren, wenig durchschaubaren Simulation noch eine angemessene Herausforderung entstehen. Ja, die Balance der Herausforderung ist ja auch ein wichtiges Element bei Wirtschaftssimulationen. Also steigt die Anforderung angemessen, muss ich interessante Abwägungen treffen. Es gibt ja hier Knappheiten. Knappheit im Budget, muss mein Geld vernünftig einsetzen. Es gibt auch Knappheit in der Zeit, weil das ja ein Echtzeitspiel ist, in dem fortlaufend die Sekunden runterticken. Und mit diesen Ressourcen muss ich ja umgehen. Also theoretisch ist Vorausplanung in Wett ein ganz wichtiges Element. Also so ein Filmdreh, insbesondere ein längerer Filmdreh, bindet auf längere Zeit Ressourcen, verursacht laufende Kosten, gar nicht mehr das überhaupt leisten. Das muss gut abgewogen sein. Das ist natürlich auch noch ein Blick, unter dem wir Wett beurteilen können, ob es denn so eine angemessen balancierte Herausforderung bietet. Fandest du das Spiel einfach, schwer, so mittel? Wie kam es dir denn vor? Das muss man ja wieder dreiteilen, diese Antwort. Ich fand den ersten Teil, bin ich zwei, dreimal gescheitert am Anfang, weil das Geld da meines Erachtens so knapp geplant ist, dass ich irgendwas nicht gecheckt habe. Und dann hatte ich kein Geld mehr für Filme oder sonst irgendwas. Also für Videokassetten und sowas. Und dann nach dem zweiten, dritten Versuch habe ich das gecheckt, was man da machen muss. Und dann war es nur noch durchführen, ohne eine weitere Entscheidung zu treffen. Dann kommt man in diesen zweiten Teil und da herrscht ja auch diese Intransparenz, von der du sprichst. Ich fand es nicht spezifisch schwierig. Ich fand es alles ein bisschen langwierig. Aber dann kam man ganz gut durch und dann begann das Geld auch zu fließen. Und das macht ja dann auch am meisten Spaß im ganzen Spiel, auch wegen dieser überbordenden Vielzahl an Gewerken, mit denen man da hantieren kann. Und weil es ja verspricht, ein realistisches Produkt zu haben. Also man macht ja einen Film, ist ja was, was man sich vorstellen kann, wie es hinterher aussieht. Und der dritte Teil bricht ja vollkommen zusammen. Ich fand das Geldverdienen da schwierig und mühsam und irritierend. So irritierend, dass ich zurückgegangen bin in den zweiten Teil und versucht habe, im zweiten Teil mehr Geld zu verdienen, als ich brauche, um die Levelgrenze zu überspringen und das Geld dann auf der Bank zu bunkern, wo es nicht mitgezählt wird, in die Summe, die du erreichen musst und dann mit einem Überschuss in den dritten Level zu kommen, um da nicht so lange zu brauchen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, insgesamt, das wird ein relativ einfaches Spiel. Bisher haben wir Dinge aufgezählt, die müssten das jetzt noch nicht unbedingt zu einer schlechten Wirtschaftssimulation machen, sondern die machen es halt vielleicht zu einer unzugänglichen und sperrigen. Aber es gibt zwei Dinge an dem Spiel, eine aus der Wirtschaftsmechanik heraus und eine aus der Metapher, also dieser ganz Sexgeschichte heraus, die für mich der doppelte Todesstoß sozusagen für Wett sind. Und diese Spielmechanische ist, dass die Simulation, die drunter liegt, so schlecht balanciert ist, dass sie fast schon lächerlich ist. Das heißt, die ganze Komplexität, die ganzen Variablen, die Faktoren, die da einfließen, sind Makulatur, die sind letztendlich Augenwischerei und spielen unterm Strich gar keine Rolle, weil die Balance nicht stimmt. Ein einfaches Beispiel, was man relativ schnell in Phase 2 merkt, ist, dass das Verhältnis von den Kosten, die man pro Tag hat, den laufenden Kosten, das ungefähr bei so 10.000 Dollar pro Tag liegt, wenn du das volle Studio hast mit Mietkosten und ein ordentliches Personal und eine Vollausstattung von Equipment und sowas, dass das in keinem Verhältnis steht zu dem Ertrag, den du am Tag bekommst, was sobald dein Studio mal einigermaßen gut läuft, easy 250.000 oder mehr sind. Also Ausgabenseite Fixkosten 10.000, Ertragsseite fließend, weil nach oben skalierend 200, 300, 400.000 und so weiter. Die Kostenseite ist nachgerade lächerlich. Und diese Schere geht immer weiter auf. Und ein ganz schlagendes Beispiel für die schlechte Balance, wie ich finde, ist, dass man ja die Entscheidung treffen kann, ob man die Gebäude in seinem Studio mietet oder kauft. Und normalerweise würde man immer denken, wenn das Spiel sowas anbietet, dann ist die Kaufentscheidung etwas, wo man erst mal Kapital angesammelt haben muss, aber was dann eine gute Entscheidung ist, weil dann die Mietkosten wegfallen. Hier zahlst du für ein Filmstudio eine Miete von 120 Dollar am Tag und der Kaufpreis für dieses Studio ist bei 180.000. Das heißt, umgerechnet, man müsste das Studio 1.500 Tage, also mehr als vier Jahre lang benutzen, damit der Kaufpreis sich gegenüber der Miete amortisiert. Die typische Spielzeit, die man in der Stufe 2 verbringt, bevor man genügend Kapital hat, die zwei Millionen, sind so zwei bis drei Monate in Spielzeit. Also nie im Leben, niemals wird sich eine Kaufentscheidung jemals rechnen in dieser Phase. Und das ist auch ganz offensichtlich, wenn man sich das Verhältnis von diesen beiden Zahlen anschaut. Ich weiß nicht, da hat niemand groß drüber nachgedacht, glaube ich. Aber das Schlimmste ist, dass man relativ schnell, also zumindest aus meiner Perspektive entdeckt, dass sich das System gut cheesen lässt. Also ich habe zum Beispiel in der zweiten Phase, nachdem ich ein paar große Filme, so ein Dutzend produziert habe, die im Handel dann ganz gut gingen, habe ich mein gesamtes Studio abgebaut und verkauft. Jedes einzelne Gebäude, das ganze Personal rausgeschmissen, das Einzige, was ich noch hatte, ist das Kopierwerk und das Lager. Und dann habe ich jeden Tag einfach durchlaufen lassen und den Gewinn eingefahren von meinen Filmen, die schon im Markt waren, bis ich halt die zwei Millionen voll hatte, plus die Zinsen von der Bank. Und das ist natürlich völlig entgegen der Metapher des Spiels, dass er eigentlich möchte, dass wir erst das Studio aufbauen und dann den nächsten Schritt machen auf der Stärke dieses Studios in den Vertrieb, wenn ich das alles hier abwickle. Aber so ist es natürlich am einfachsten. Und noch schlimmer ist es in der Phase 3, weil die Schwierigkeit aus dieser Phase kommt nur aus der Intransparenz. Das ist halt so wahnsinnig schwierig, es zu verstehen, was eigentlich einen Einfluss hat auf den Erfolg von den Filialen. Und ich muss gestehen, ich hatte am meisten Spaß in Phase 3, weil ich da immer durch die USA gechattet bin und immer versucht habe, diese Detailoptimierungen an meinen Filialen vorzunehmen. Ah, die ist jetzt leicht im Minus. Na, dann mache ich mal das Werbebudget ein bisschen niedriger, vielleicht ein bisschen weniger Personal, vielleicht wechsle ich mal das Angebot ein bisschen durch. Mal schauen, was passiert. Ich fliege erst mal durch andere Orte ab, dann komme ich wieder zurück und schaue mal, wie dann die Bilanz aussieht. Und das hat mir richtig Freude gemacht. Da ist auch so ein Zeitmanagement-Aspekt dabei. Und manchmal ist es mir gelungen, die Filialen ins Positive zu drehen und manchmal nicht. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, naja, ich nehme jetzt mal so eine Filiale, stelle alle Regler auf Anschlag, maximales Personal, maximale Qualität, volles Werbebudget, eine halbe Million Werbung pro Monat da reinbuttern. und siehe da, die Filiale ist extrem positiv. Jede Filiale an jedem Ort. Ja, das knallt. Das musst du bei jeder Filiale machen. Du musst es bei jeder Filiale machen, das ist alles. Von Anfang an, du kaufst eine neue Filiale, stellst alles auf Anschlag, fertig. Die wird immer in der Gewinnzone sein. Ja, und dann ist es nur noch lächerlich, weil sobald ich alle Filialen, die zur Verfügung standen, gekauft hatte, ist es nur noch ein Absitzen. Und weil es aber ein Echtzeitspiel ist und du nicht vorspringen kannst zum nächsten Tag, heißt es tatsächlich Absitzen. Ich saß dann ein paar Stunden lang vor meinem Rechner und hab zugeguckt, wie halt so langsam der Geldzähler hochgeht. Und also spätestens da ist das Spiel kaputt. Ja, weswegen ich diese Phase trotzdem schwierig fand, ist, dass ich da sehr lange für gebraucht habe, um diese Erkenntnis zu finden, dass man die Filialen alle hochdrehen muss und auch das mit Micromanagement versucht habe und das hat eigentlich so viel gebracht. Und du sagst, man kann nicht vorspringen, aber fairerweise muss man erwähnen, dass man das Tempo, mit dem die Zeit abläuft, ändern kann. Man kann sie auf langsam und auf schnell stellen, was bestimmte Vorteile in bestimmten Situationen haben kann. Ja, dieser Zeitfaktor, auch mit der Zeitbeschleunigung, ist für mich ein ganz gutes Indiz dafür, dass Wett ein Spiel ist, das entwickelt wurde mit einer Vorstellung davon, was man da machen möchte, aber keiner richtig guten Vorstellung davon, welche Spielmechaniken sinnvoll sind und welche nicht. Und dass das ein Echtzeitspiel ist, das hat ja schon eine gewisse Tradition. Wir haben so Spiele wie Mad TV zum Beispiel in Echtzeit laufen, aber vor allen Dingen Bing auch wieder. Bing ist ein Spiel, das in Echtzeit läuft und in diesen Spielen macht das auch einigermaßen Sinn, weil die nämlich in Metiers spielen, wo es Zeitdruck gibt. Also Mad TV, ein Fernsehsender, da muss das Programm, das wird in Echtzeit gesendet, das muss halt befüllt werden. Und Bing, ein Krankenhaus, da können Notfälle reingehen, da kann es halt wirklich um schnelle Reaktionen gehen. Das ist einigermaßen naheliegend zu sagen, okay, wir machen das als Echtzeit, weil da gibt es eine natürliche Dringlichkeit. Jetzt kommen wir zu Wett, dafür haben wir ein Filmstudio. Wo ist denn die natürliche Dringlichkeit, die rechtfertigen würde, dass das Spiel in Echtzeit abläuft? Es gibt sie nicht und die Designer haben es auch gemerkt, glaube ich, und haben dann in der zweiten Phase eine künstliche Dringlichkeit eingebaut, in dem es nämlich während den Dreharbeiten immer wieder zu Unterbrechungen kommen kann, wo eine Darstellerin sich verschluckt und sich übergeben muss oder ein Darsteller kriegt den nicht hoch oder sowas und dann muss man da immer, also nicht mal, man muss, man wird vom Spiel dann zwangsläufig dahin geschickt, egal wo man gerade im Spiel ist, egal was man gerade für wichtige Entscheidungen trifft, diese Unterbrechung schlägt immer alles, man muss zurück ins Studio und da schnell dann entweder Geld auf das Problem schmeißen oder eine Drehpause anordnen oder sonst irgendwas und das ist eine ultra langweilige Geschichte, die auch wieder hier keine sinnvolle Entscheidungsgrundlage hat, die sich aber ständig, ständig, ständig wiederholt. Also es ist ein unglaublich nerviges Micro-Management und das meiner Ansicht nach nur, um irgendwie eine Rechtfertigung dafür zu haben, warum das Ganze in Echtzeit läuft, weil ansonsten ist das nämlich eine sinnlose Entscheidung. Es gibt keinerlei Notwendigkeit, warum dieses Spiel in Echtzeit laufen sollte. Es hat ja sogar einen Tagesrhythmus. Du könntest das Spiel ja sehr gut mit so einem Tagessprung machen, du hast eine Anzahl von Aktionen und dann schaltest du den Tag um und bist in den nächsten. Und da es ja mit dem Tagesrhythmus arbeitet, weil ja dann Filme so und so lange dauern, könnte man das einfach gut damit machen. Hätte man diese ganze Echtzeit nicht gebraucht, aber das war doch zu der Zeit en vogue, Mitte der 90er, Wirtschaftssimulationen in Echtzeit zu machen. Ja, das glaube ich auch, ja, aber deswegen ist es ja noch lange nicht eine gute Entscheidung. Nee, überhaupt keine gute Entscheidung. Ich würde sogar sagen, dass die Echtzeitwirtschaftssimulationen einen großen Nachteil haben, weil sie nämlich in der Regel ihrem Echtzeitablauf den Mehrspielermodus opfern. Die deutsche Wirtschaftssimulation ist ja eigentlich traditionell ein Gesellschaftsspiel. Wir haben sowas wie Kaiser und Fugger oder den Bundesliga-Manager damals natürlich im Hotseat gespielt. Ist ja auch gleich viel spannender, wenn man nicht nur gegen den Computer, sondern gegen einen Menschen antritt. Aber in Echtzeitsimulationen herrscht in der Regel Gleichzeitigkeit. So wie in MadTV, wo alle Konkurrenten gleichzeitig unterwegs sind. Und das geht halt nicht im Multiplayer. Zumindest nicht im Hotseat. Und der ist damit gestorben. Genauso ist das auch in Wett, dass man nur alleine spielen kann. Und das ist ein bisschen schade. Also es war jetzt keine Katastrophe, Wett zu spielen. Es gibt Momente, wo das durchaus gelungen ist. Und ich finde sogar, dass es einige Ideen hat, die mir hervorragend gefallen haben. Zum Beispiel, das sind häufig so Kleinigkeiten, so kleine Spannungsmomente, die das Spiel in der zweiten Phase doch ganz geschickt aufbaut. Wenn du eine Bewerbung reinbekommst von einem neuen Darsteller, einer neuen Darstellerin und du hast eine Casterin, dann landet diese Person erst mal auf der Casting-Matratze sozusagen und wird getestet von deiner Casterin. Das repräsentiert das Spiel, in dem auf so einem Fieberthermometer so langsam die Temperatur hoch steigt. Und je nachdem, wie hoch das steigt, das bestimmt, wie gut diese Person dann eigentlich ist. Und das kann teilweise gravierend von der Selbsteinschätzung in den Bewerbungsunterlagen abweichen. Und das finde ich klasse. Das finde ich super, dass du da dieses Spannungselement hast. Du stellst einen relativ günstigen Typen ein, der nicht viel kann nach seinem Lebenslauf. Und dann stellt sich aber raus, ach guck mal, das ist ja doch ein Hengst. Oder auch andersrum. Du investierst teures Geld in ein Sternchen und dann ist das ein kalter Fisch. Das sind so Spannungsmomente, die ich gelungen finde. Genauso wie die Bewerbungen. Das dauert ja eine ganze Weile, wenn du eine Anzeige schaltest, können teilweise Tage vergehen, bis auch tatsächlich Bewerbungen eingehen. Und gerade im späteren Spielverlauf werden die auch zunehmend weniger. Also da kann es auch sein, dass auf Anzeigen sich gar keiner bewirbt. Und das macht es aber tatsächlich spannend, wenn mal eine reinflattert, zu gucken, ah, ist das jetzt jemand, den ich brauchen kann? Und natürlich auch, wenn du lange Filme drehst, eine lange Produktion hast, wo du viel Geld und Zeit investierst, ist es immer spannend zu gucken, kommt das jetzt im Markt auch an? Auch wenn das schlichtweg nur repräsentiert ist durch den Umsatz, den der Film dann am Ende macht. Aber trotzdem, auch das, also wenn man das erste Mal sieht, hat sich das gelohnt, diese Investition oder nicht? Spoiler, sie lohnt sich immer. Aber trotzdem, das finde ich eigentlich im Kern ganz cool. Man hätte halt viel mehr draus machen können. Ja, man hätte gerade aus diesem Belohnungsaspekt, den das ja hat, zu sehen, wie eigene Produkte in einem, wie auch immer gearteten Medienbusiness am Markt funktionieren, hätte man noch viel mehr draus machen können. Ja, mit Genres. Es gibt eine Top-Ten-Liste, aber das ist ja auch nur rudimentär. Marktanteile visualisieren und all solche Sachen. Da ginge noch einiges mehr. Innerhalb der Metapher und ohne große Änderungen. Wie gesagt, das Spiel wirkt an ein paar Stellen ein bisschen hastig. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast es vorher ja schon beschrieben, dass das nach hinten raus auch fahriger wird und auch in der Darstellung viel pragmatischer wird. Also, was zum Beispiel echt strange wirkt, in der dritten Phase, wenn du in der Stadt reist und da eine Filiale kaufst, kommst du auf so eine stilisierte Stadtansicht. Diesen lila Bildschirm, du weißt, was ich meine, oder? Wo dann halt einfach nur noch lila schattierte Kästen, Rechtecke, 3D-Rechtecke in der Welt drumstehen. So, als ob sie da einfach keinen Bock oder keine Zeit mehr gehabt hätten. Also, es ist so ein Stilbruch, das ist schon frappierend. Ja, also, es wirkt so, als seien die drei Phasen auch wirklich chronologisch entwickelt worden und die letzte Phase hätte nicht mehr genug Liebe abgekriegt. Ja. Aber jetzt sagte ich ja vorhin, es gibt zwei Dolchstöße, die für mich das Spiel ruinieren. Das eine ist, wie gesagt, die nicht vorhandene Qualität der unterliegenden Simulation. Das andere ist, was das Spiel ja verspricht, mal abgesehen, wie gesagt, von diesem Wirtschaftssimulationsteil ist halt eine Art von Erotik zu versprühen oder sexuell anregend zu sein. Wie würdest du das beurteilen, Gunnar? Gelingt das? Naja, das ist ja nicht sexy und das ist ja nicht klassisch erotisch. Und ich weiß aber auch nicht, ob das das Ziel ist. Weißt du, es gibt ja auch ein erotisches Kartenspiel, wo du Skat spielst mit nackten Frauen. Und das ist ja auch nicht so, dass du das dann anguckst und dann da denkst du, boah, wie sexy ist denn das? Sondern das ist ja, wie wenn Leute bei dem Wort Blasen anzukichern fangen. Hahaha, guck mal, auf meiner Skatkarte ist eine nackte Frau. Haha, guck mal, in meiner Wirtschaftssimulation geht's um Sex. Und das ist so ein eigener Vibe, der so für sich steht und der, finde ich, neben Erotik und neben Humor als so eine Art verwandte, aber nicht identische Strömung ist. Das erschließt sich mir eher nicht so richtig. Vielleicht ist das so ein spezifischer Humor von 16-Jährigen. Ja, das ist ein bisschen gemein, aber es gibt halt Leute, die mögen diese Art von Sachen. Das hat, glaube ich, nichts mehr damit zu tun, dass es einen geil macht und es hat nichts damit zu tun, dass es lustig ist. Also bei Wett gilt das. Da gilt beides, was du gesagt hast. Und das finde ich halt einfach schade. Das finde ich eigentlich ein Versagen des Spiels. Denn es gibt ja das Genre der Adult Games, also der sexuellen Spiele, völlig legitimes Spiele-Genre. Und die haben ja einen großen Vorteil, nämlich, dass sie halt ein Motivationselement haben, das andere Spiele nicht haben, das Menschen reinzieht und durchzieht potenziell durch das Spiel, nämlich halt das Versprechen, dann belohnt zu werden mit nackten Tatsachen. Das ist ja, wenn wir das Simpelste von diesen Genres nehmen innerhalb von diesem Segment, dann sind das Strip-Poker-Spiele und das ist halt einfach das Versprechen, wenn du gut genug spielst, wenn du über diese Hürde der Spielmechanik drüber springst, dann wirst du belohnt, indem du diese Frau nackt siehst, auch noch sukzessive nackt siehst, also in den einzelnen Phasen. Und das mag man für trivial oder anstößig halten, aber es funktioniert halt erstmal. Und ich finde, das ist ein völlig legitimes Motivationsmittel, auf so eine voyeuristische Neugier zu setzen. Also das ist das Kernversprechen. Und ich würde fast sagen, wenn man ein Adult-Game macht, dann ist das die Minimalanforderung, dieses Versprechen drin zu haben. Und jetzt haben wir ein Spiel wie Wett. Der Sex mit Lula findet im Intro statt. In den ersten Spielminuten hast du alles gesehen, was du von Lula jemals zu sehen bekommen wirst in diesem Spiel. Und dann siehst du noch Cartoon-Sex in verschiedenen Varianten im Laufe des Spiels. Aber dafür, dass sie Lula ja auch als dieses Aushängeschild, diese zentrale Figur positioniert haben, ist das unverständlich aus meiner Perspektive, wie sie ihr Pulver da schon verschießen. Denn normalerweise hätte man gedacht, das müsste doch eigentlich die Belohnung in Anführungszeichen am Ende des Spiels sein. Aber hier kriegst du sie schon am Anfang. Das ist, glaube ich, ein Konstruktionsfehler der Spielprämisse, weil es geht ja darum, aus Lula einen Pornostar zu machen. Und dazu muss sie logischerweise von Anfang an nackig sein. Aber damit ist die Spannung dann natürlich direkt raus. Also Wett ist kein erotisches Spiel, weil Erotik, damit verbindet man so einen Spannungsaufbau, ein Flirt, ein Versprechen auf etwas, was kommen wird. Und es gibt hier kein Versprechen. Oder wenn, dann wird das schon im Intro eingelöst. Das Spiel ist auch viel zu zeigefreudig. Also es wird ja an jedem zweiten Bildschirm gefügelt und gestöhnt. Und alle Frauen lösen sich auf Mausklick, wie wir schon gesagt haben. Also das Spiel ist, wenn man freundlich sein will, frivol. Wenn man weniger freundlich sein will, sagt man vulgär. Aber erotisch ist es nicht. Ja, das versucht es aber auch nicht. Du sagst, das Verstolpern, das impliziert ja eine Absicht. Und das will es nicht. Es will nicht ein Spiel sein, das da langsam was aufbaut und dich dann belohnt. Es will ein Spiel sein, das dieses Thema in your face zeigt. Mit fliegenden Penissen. Und das zeigt es ja auch in seinen kleinen Elementen. Anstatt so Klick- Elementen, wo man irgendwas auswählt, sind da halt so kleine Kondome. Das ist einfach so ein Spiel mit dieser Thematik. Und dabei schöpft es aus dem Vollen, mit sehr viel nackter Haut. Aber das ist schon das Ziel. Es hat nie was anderes vorgehabt. Das kann schon sein, dass es das nie vorgehabt hat. Aber es ist sehr schade, dass das nicht drin ist, weil das wäre ja ziemlich naheliegend. Das liegt ja auf der Straße bei dieser Thematik, das so zu machen. Und deswegen ist es mir unbegreiflich, warum das hier nicht passiert. Das ist halt einfach mit weit ausholender Handbewegung ist da der Sex drüber geschüttet. Über das Spiel und über uns als Spielende. Alles, was man hier über dieses Spiel wissen muss, erzählt einem der Mauszeiger, Christian. Ja. Es gibt den Mauszeiger, das ist eine kleine Lula-Figur. Und wenn du über eine Stelle maust, mit der eine Interaktion möglich ist, man kennt das ja von Adventures mit Hotspots und so, dann entblößt sie die Brüste. Ja. I rest my case. Ja, genau. Ich finde es trotzdem erstaunlich. Ich habe in meinem Leben mehr als ein erotisches Spiel oder sechs Spiel gespielt und ich bin in diesem Segment, merke ich, bereit, auch schlechte Spielmechaniken mehr zu verzeihen, als ich das in einem normalen Spiel verzeihen würde, wenn ich das Gefühl habe, dass das Spiel so einen Spannungsbogen aufbaut und dass es hinarbeitet auf so eine verhoristische Belohnung, auf so ein Pay-off. Wie gesagt, was ja einfach das kleine Einmaleins für ein erotisches Spiel. Aber bei Wett möchte ich nochmal klipp und klar sagen, ist das einfach nicht gegeben. Ja gut, wie gesagt, ich glaube, der Vibe soll ein anderer sein und das sieht man ja auch dann an dem Resultat. Hast du noch eine grundlegende Sache zur Analyse der Spielmechanik oder sollen wir in die Entstehungsgeschichte einsteigen? Genau, wir können uns jetzt mal angucken, wie dieses Spiel eigentlich entstanden ist, wo es herkommt und vielleicht hilft uns das auch ein bisschen besser zu verstehen, warum es so ist, wie es ist. Wett ist, wir haben es schon gesagt, 1997 erschienen bei der Firma CDV. Wir steigen aber ein bisschen früher ein, ein paar Jahre früher und bei einer anderen Firma, nämlich bei Starbite. Starbite ist 1988 in Bochum gegründet worden und das ist so eine echt relativ typische Firma, also eine relativ typische deutsche Firma der späten 80er und frühen 90er. Die macht eine ganze Reihe Spiele, meist mit kleinen Budgets aus ganz unterschiedlichen Richtungen, nicht so richtig was von Bedeutung dabei, aber sie haben am meisten Erfolg mit Wirtschaftssimulationen, zum Beispiel der schon genannte Winzer oder sie haben den interessanten Genre-Mix Rings of Medusa gemacht und ein Spiel namens Transworld und so, aber das sind keine so ganz großen Titel und die Firma hat so eine wilde Geschichte, die mal erzählt werden muss, die kommt auch relativ schnell in schweres Wasser. 1992, nach nur fünf Jahren am Markt, ist sie das erste Mal insolvent, dann steigt der Gesellschafter Markus Scheer aus, gründet Art Department und später Greenwood. Dann reformiert sich die Firma als Starbyte Software unter Führung des Gründers Klaus-Jürgen Kraft und überlebt dann noch weiter bis ins Jahr 1997. Und in dieser Zeit machen die halt weiter Spiele und die machen sie größtenteils mit freien Mitarbeitern, die auf Projektbasis dann halt zusammenarbeiten. Und bei dieser Gelegenheit treffen da drei Leute zusammen, die wesentlich sind für WET. Das ist nämlich der Carsten Wieland, der Carsten Korte und der Helmut Teuerkauf. Und der prominenteste dieser drei, das ist der Grafiker, das ist Carsten Wieland aus Hamburg. Er kommt ursprünglich aus Siegen, der Carsten Wieland, studiert dann in Essen Grafikdesign als junger Mann ab 1984 und hat währenddessen schon erste Erfolge als Zeichner. Der veröffentlicht einen Comicband namens Will Duns, der hierzulande zuerst im Magazin Schwermetall veröffentlicht wird. Das ist also schon eine erwachsene Story, da geht es auch schon um Sex und Gewalt. Und dann kommt er sogar zu so einer Art Ruhm, denn 1988 vermittelt ihm ein Dozent die Gelegenheit, die Gestaltung eines Maskottiens zu übernehmen. Und zwar für eine große Abendshow im ZDF mit Frank Elstner Nase vorn. Ich habe die damals als Kind super gerne geguckt, aber der war kein großer Erfolg beschieden. Und die hatte als Maskottchen die Nasenbären. Und die hat Carsten Wieland gestaltet und animiert, hat dafür auch Comics gezeichnet für die Zeitschrift Freizeitrevue. Dafür hat er sogar sein Studium abgebrochen. Also es war ein richtig großes Ding. Aber die Sendung gab es leider nur zwei Jahre. 1990 wird sie eingestellt. Und dann zieht er im Jahr darauf nach Hamburg, hat er in der Tasche ein Stellenangebot einer Plattenfirma. Der Job fällt durch. Dann muss er sich mit kleinen Sachen durchschlagen. Als Werbegrafiker arbeitet er, zeichnet für das Satire- Magazin Kowalski aus dem Semmel Verlag. Und in all dieser Zeit hat er eigentlich bisher mit Computerspielen nichts zu tun gehabt. Aber er hat eine Bewerbungsmappe geschickt an Starbite in Bochum. Und die melden sich dann auch und machen ihm ein Angebot als Grafiker, an einem Spiel für sie zu arbeiten. Allerdings, wie gesagt, nicht angestellt, sondern freiberuflich. Und Carsten Wieland wird auch über den ganzen Rest der Geschichte, die wir hier erzählen, freiberuflich bleiben. Der soll bei Starbite eigentlich in einem Adventure arbeiten, nämlich Bazooka Sue. Das wird 1992 angekündigt, aber das geht in eine längere Entwicklungs-Odyssee und kommt erst 1997 raus. Der Wieland macht allerlei Projekte parallel, zum Beispiel Grafiken für Werbespiele wie Spacejob oder Tom Long. Für Promotion-Software von Ralf Stock macht er die Grafiken für Hurra Deutschland, also diese Pixel-Grafiken. Bei Starbite wird er dann erstmal auf ein anderes Spiel gesetzt, auf eine Wirtschaftssimulation namens Big C von 1994. Und das ist auch ein wildes Projekt mit ganz vielen unterschiedlichen Teilnehmern. Das wird programmiert in Wiesbaden bei so einer kleinen Truppe, die heißen Cyberdine Systems. Das Spieldesign kommt von einem Mann aus Neuenkirchen in Niedersachsen. Das ist Carsten Korte. Und Big C dürfte das Projekt sein, bei dem sich diese beiden Männer, diese beiden Carstens erstmal kennenlernen oder zusammenarbeiten. Und jetzt fehlt noch der dritte im Bunde. Das ist der Programmierer Helmut Teuerkauf. Der hat kurz vorher mit dem Carsten Korte für Starbite am Remake von Rings of Medusa gearbeitet, dem Rings of Medusa Gold. Und diese drei tun sich ja zusammen, nennen sich New Generation Software und wollen jetzt auf eigene Faust eine Idee von Carsten Wieland als Spiel umsetzen. Und zwar ein Cartoon-Grafik-Adventure namens Chewie Escape from F5. Und dieses Spiel, das entsteht jetzt nicht für Starbite, weil da wartet ja immer noch das Bazooka so von Wieland auf Veröffentlichung, sondern das entsteht für eine der ersten Adressen in Deutschland, nämlich für Blue Bite. Und Chewie Escape from F5 erscheint 1995. Das erinnert in seinem Cartoon-Stil und in der Gestaltung der Figuren sehr an das zwei Jahre zuvor erschienene Day of the Tentacle. Und dieses Spiel ist Carsten Wielands Baby. Der zeichnet das, er animiert das, er textet das, er trägt sogar Musik dazu bei. Das ist so ein prominentes Projekt, dass Carsten Wieland, der ja zu diesem Zeitpunkt erst vier Jahre in der Spielebranche ist, sich da bereits einen Ruf erarbeitet hat. Die Petra Fröhlich schreibt zum Beispiel 1995 im Test-Sortuary in der PC Games, Carsten Wieland ist unbestritten das Beste, was die deutsche Computerspiele- Industrie in Sachen Grafik und Animation derzeit zu bieten hat. Also das ist schon ein richtiger Ritterschlag. Das Problem ist nur, das Spiel ist nicht erfolgreich. Für Bluebyte ist das sogar ein richtiger Flop. Und Carsten Wieland sagt später, das sei für ihn ganz lehrreich gewesen, denn seiner Ansicht nach war, dass Chewie zu sehr auf Familienfreundlichkeit gedreht. Das habe ihn dann darin bestärkt, bei zukünftigen Projekten lieber Sachen zu machen, die ihm selbst gefallen, anstatt zu einer vermeintlichen Zielgruppe nachzulaufen. Und tatsächlich wird in der Zeit danach sein Output dann erotischer. Noch im gleichen Jahr 1995 macht er für Starbyte die Grafiken und auch das Co-Design zu einer Unterweltwirtschaftssimulation namens Dime City. Und da sind auch schon reichlich leicht bekleidete Damen drin zu sehen. Diese Zusammenarbeit der beiden Carstens mit Helmut Theuerkauf bei Chewie hat offenbar gut funktioniert. Ist ja auch ein gutes Spiel, das auch durchaus hohe Wertungen gekriegt hat, auch wenn es dann kommerziell nicht so erfolgreich war. Und das führt dazu, dass diese drei dann im Sommer 96 New Generation Software jetzt auch als Firma gründen. Erst war das nur ein Teamname, jetzt machen sie es legal sozusagen. Korte und Wieland sind zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Die haben aber kein gemeinsames Büro, die arbeiten dezentral. Der Wieland lebt und arbeitet in Hamburg, der Carsten Korte bleibt in Neunkirchen bei Osnabrück und Helmut Theuerkauf lebt in Leichlingen bei Köln. Und die haben eine relativ klare Aufteilung. Der Carsten Wieland ist der Grafiker und oft auch der Game-Designer, der Helmut Theuerkauf programmiert. Und Carsten Korte ist Geschäftsführer, der für die meisten Spiele auch noch die Musik und den Sound beisteuert. Die treibende, kreative Kraft scheint aber der Carsten Wieland gewesen zu sein. Nun war das Chewie Escape from F5 ein aufwendiges Spiel. Für New Generation Software war das ja auch die Chance, in der deutschen A-Liga der Entwickler mitzuspielen. Aber das hat eben nicht geklappt und jetzt muss es also wieder eine ganze Nummer kleiner werden, sowohl das nächste Projekt als auch der nächste Publishing-Partner. Und das nächste Ding nach Chewie, das New Generation Software macht, ist ein Jump'n'Run namens Cliff Danger. Das erscheint im Jahr 1996 und es erscheint bei einer Firma in Karlsruhe, nämlich bei CDV. CDV kennt man damals in erster Linie als Vertreiber von Shareware und Shareware-Vollversionen, also Spielen von Apogee und Epic Mega Games. Wir haben für diese Folge mit Wolfgang Gäbler ein Interview geführt, dem Mitgründer und Geschäftsführer von CDV. Und er hatte mit dieser Shareware damals den richtigen Riecher, aber er hatte da vor allem auch einen großen Glücksfall. Am Anfang war es Anwendungssoftware, dann kamen die Spiele und dann haben wir versucht, die Shareware-Entwickler anzuschreiben und mit denen Verträge zu bekommen. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Lustigerweise hat es geklappt mit Apogee, also das heißt Duke Nukem zum Beispiel. Und geklappt hat es auch mit id Software und Epic Mega Games. Und da haben wir Verträge bekommen. Und diese Verträge, ich meine, die waren schon sehr, sehr lustig. Das waren Ein-Seiten-Verträge. Da stand dann drin, also zum Beispiel mit Epic hatten wir, mit Apogee ebenfalls hatten wir eine monatliche feste Gebühr, die wir bezahlt haben. Jetzt wussten die damals nicht, wie groß der deutsche Markt ist. Und ich kann es euch ja sagen, wir haben 500 D-Mark im Monat bezahlt. Und dafür haben wir jahrelang deren Sachen kopieren und vertreiben dürfen, deren Vollversion. Das war natürlich wie die Lizenz, ich sage es mal ganz klar, die Lizenz zum Gelddrucken. Ja, und so ist CDV dann relativ schnell gewachsen. Das funktioniert für CDV also eine Weile lang hervorragend. Aber Mitte der 90er ändert sich der Shareware-Markt. Zuerst in den USA, wo die großen Firmen sich dank des Shooter-Booms dann in Richtung Vollpreis-Publisher umorientieren. Und damit ändert sich dann auch die Ausrichtung von CDV. Wir haben natürlich mitgekriegt, wie explosionsartig Apogee und id Software und Epic dann gewachsen sind. Und dann wussten wir schon, okay, wir wollen auch irgend sowas in diese Richtung machen. Shareware wird ganz sicher irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Und dadurch, dass wir uns dann natürlich immer mehr Namen gemacht haben, dadurch, dass wir dann auch überall vertreten waren, dadurch, dass wir auch in Spielezeitschriften dann schon langsam irgendwie aufgetaucht sind, sei es mit der Shareware oder mit den Vollversionen, kamen dann tatsächlich Teams, sind an uns herangetreten und haben gesagt, hey, könnt ihr das nicht auch mit uns machen? Ja, und eines der ersten dieser Teams, die an CDV herantreten, ist offenbar New Generation Software. Also die Firma von Carsten Wieland, Carsten Korte und Helmut Theuerkauf. Die haben, wie gesagt, dieses Cliff Danger jetzt als nächstes Ding. Und das ist ein VGA Jump'n'Run. Das passt also super in das Portfolio von CDV. Die haben ja auch massiv Shareware-Spiele, die genau solche VGA Jump'n'Runs sind. Aber das, was den Wolfgang Gäbler besonders anspricht an dem Spiel, das sind die Grafiken von Carsten Wieland. Carsten Wieland war für mich der erste Aufhänger, weil Carsten Wieland war ja der Zeichner. Und seine Zeichnung fand ich gleich ganz toll. Ich weiß auch noch, wie ich am Computer von einem meiner Mitarbeiter stand. Der hat mir ein paar Zeichnungen gezeigt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann hat er mir erklärt und dann habe ich gesagt, guck mal, ob wir einen Vertrag mit denen machen können. Und weil, so sagte uns Gäbler, die Lizenzforderung von New Generation Software Zitat, wirklich moderat, Zitat Ende gewesen sei, also deutlich geringer, als er das erwartet hatte, landet Cliff Danger also bei CDV. Und es könnte sein, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass das auch tatsächlich das erste deutsche Projekt ist, das CDV ins Programm aufnimmt. Was in diesem Fall heißt, dass sie das halt einfach einkaufen. Also CDV ist zu diesem Zeitpunkt keine Firma, die Entwicklung vorfinanzieren würde wie ein Publisher, sondern die kaufen den New Generation Software, das Cliff Danger, ab und bringen das bei sich ins Programm. Das ist ein unwichtiger kleiner Titel. Es ist auch nicht sonderlich erfolgreich, aber stilistisch zeigt das schon in die Richtung, in die Carsten Wieland jetzt geht. Das ist nämlich auch schon ein anzügliches Spiel mit Cartoon-Grafik. Also man muss da die leicht begleitete, großbusige Amazonenkönigin des Planeten Plasher Six retten. Oder Plasher Six vermutlich auszusprechen. Aber darüber hinaus ist das jetzt noch kein erotisches Spiel. Aber da fehlt jetzt nicht mehr viel. Und dazu kommt, dass CDV genau die richtige Adresse für sowas ist. Denn die Firma von Wolfgang Gebler hat damals eine ausgesprochen lukrative Nische für sich erschlossen, nämlich Disketten und CD-ROMs mit Nacktbildern. Im Prinzip hat es angefangen mit den VGA-Bildern auf Diskette. Am Anfang waren das tatsächlich ganz normale Sachen, sagen wir mal Landschaftsbilder oder tolle Gebäude oder Autos oder solche Sachen. Und die Leute haben das geliebt. Also wir haben von diesen VGA-Disketten so viele verkauft, dass wir gemerkt haben, okay, da geht was. Gut, dann kamen irgendwann Frauen dazu und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, da geht noch mehr. Ja, das mit der Erotik, ja, für mich war das nichts Schlimmes. Ich habe immer gesagt, das gehört zum Leben dazu. Das ist was völlig Normales. Die Frage ist natürlich, gibt es Regulierungen, ob man das verkaufen darf oder nicht. Also wenn man jetzt in Richtung Pornografie denkt, das konnten wir nicht verkaufen. Aber wir haben in Richtung Erotik so einiges verkauft. Jetzt muss man dazu sagen, wie viel Prozent vom Umsatz hat das ausgemacht? Wir wurden sogar mal in der DOS-Fairware als Erotik-Versender dargestellt und da habe ich dann doch etwas heftiger darauf reagiert. Also nicht bösartig oder was auch immer, aber ich habe denen gesagt, Leute, hört zu, wir machen ungefähr 20 Prozent von unserem Umsatz damit. Das ist ein signifikanter Anteil, aber es sind nur 20 Prozent. Also 80 Prozent machen wir mit anderen Dingen. Zu Zeiten, als wir Red oder Lula verkauft haben, war es mehr als 20 Prozent. Da waren wir wahrscheinlich so bei 40 oder so. Das sind zu dem Zeitpunkt natürlich längst keine Disketten mehr, sondern CD-ROMs mit Titeln wie Wet Dreams, Supergirls oder Extreme Hot Dream Boys, von denen CDV Dutzende im Programm hat. Also da ist eine grundsätzliche Offenheit für erotische Inhalte. Ja, und so geht New Generation Software mit dem nächsten Projekt den konsequenten Schritt, nämlich mit Wet the Sexy Empire. Der Gedanke einer erotischen Wirtschaftssimulation kommt nicht aus heiterem Himmel. Da wurde ja in Deutschland schon Vorarbeit geleistet, wie wir ganz am Anfang kurz gesagt haben. 1995 erscheint in Deutschland Bing mit Doppel-I von Reline und Magic Bytes. Das ist eine erotische Krankenhaus-Comedy-Simulation, die ziemlich erfolgreich ist. Und die beiden Carstens kennen das natürlich. Der Carsten Korte gibt in der Zeit dem PC-Joker ein Interview, in dem er Bing lobt und sagt, mit Wet wollten sie noch tiefer in die Materie eindringen. Und das Bing ist populär genug, dass im Jahr darauf direkt noch ein Abklatsch davon kommt, nämlich Bong, die ultimative Fußball-Simulation. Das ist ein Fußball-Manager mit erotischem Anstrich. Und die Grafiken darin sind von Carsten Wieland. In diesem Klima kommt dann dem Team von New Generation Software die Idee, auch ein erotisches Spiel zu machen. Und zwar, so sagen sie es damals den Spiele-Magazinen, endlich mal eins, das was taugt. Sehr selbstbewusst. Der Wieland sagte damals der PC Power, ich mag erotische Comics oder gut gemachte erotische Filme, wie zum Beispiel Betty Blue, aber was es da als Software gibt, ist fast nur Schrott. Als Genre Wirtschaftssimulation zu wählen, ist natürlich einigermaßen naheliegend. Wir sind A in Deutschland und B ist ja das Vorbild Bing, eine Wirtschaftssimulation. Und drittens haben auch alle drei bereits Erfahrung mit dem Genre, vor allen Dingen der Carsten Wieland. Mit Big C, Hollywood Pictures, Dime City, an all diesen Sachen war er beteiligt. Klar ist aber auch, das Spiel soll deutlich werden, explizit und erotisch, aber nicht pornografisch. Sie wollen in Deutschland eine Alterseinstufung ab 16 bekommen, um da nicht bei den großen Kaufhausketten ausgelistet zu werden. Ja, also damit sind die Basics ja da. Und wie gesagt, die wollen ein ordentliches Spiel machen. Das ist durchaus die Ambition. Und der spielmechanische Gedanke, den sie dann da ja reinbringen, ist eben diese Drei-Stufen-Mechanik, die wir schon ausführlich beschrieben haben. Das ist durchaus Teil dieser Ambition, ein richtiges, gutes Wirtschaftssimulationsspiel zu machen. Was jetzt noch fehlt, ist Lula. Wie kommt die da eigentlich rein? Und das Interessante ist, am Anfang war die gar nicht Teil des Konzepts, sondern da war das nur der Gedanke, eine Wirtschaftssimulation, wo man ein Sechsfilmstudio aufbaut. Aber dann stellt insbesondere der WLAN schnell fest, da fehlt noch eine zentrale Figur, etwas, was sich auch als Sympathiefigur anbieten würde. Und daraus entsteht dann die Idee zu Lula. Er wird damals auch von der Spielepresse gefragt, ob Lula denn eigentlich ein reales Vorbild habe, was er verneint. Und er sagt, das sei ein reines Fantasiegeschöpf. Er habe in Lula einfach alles reingepackt, was man sich seiner Meinung nach so unter einer Traumfrau vorstellt. Und dabei, das sagt er dann noch mit dazu, würde sie nicht mal seinen persönlichen Geschmack treffen. Also kalkuliert ein Sexsymbol. Der hat übrigens auch verraten, dass der Name Lula abgeleitet ist aus einem David-Lynch-Film, nämlich aus Wild at Heart. Das hatte den Untertitel Die Geschichte von Sailor und Lula. Und daher stammt der Name. Und wir haben ja schon gesagt, interessanterweise taucht Lula nicht nur als Zeichentrickfigur auf, sondern bekommt dann auch ein Realweltmodel. Diese echte Lula, die taucht eben in diesen kurzen Erklärvideos auf, als sprechendes Handbuch. Und in den Credits wird sie nur als Andrea geführt. Damals testete der PC-Joker Vette und hatte einen Extrakasten und verrät darin, dass Andrea 20 Jahre alt ist, 1,65 groß, gelernte Repografin, holt gerade ihr Abi nach, möchte später als Moderatorin arbeiten. Was leider nicht erklärt wird und was wir auch nicht nachvollziehen konnten, ist, wo diese Idee und wo auch diese Andrea eigentlich herkommt. Also ich meine, die Idee, gut, das könnte vermutlich aus Bing abgeleitet sein, weil da gibt es das auch schon, genau in der gleichen Form. Da gibt es eine blonde Krankenschwester, die die Funktion in der Bildschirme erklärt. Und Vette nimmt ja auch andere Ideen aus Bing. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Stellenausschreibungen funktionieren und wie die dann eingehenden Bewerbungen aufgebaut sind. Vor allem die von den Darstellerinnen und Darstellern. Denn wie in Bing enthalten die ein Bewerbungsfoto und das ist ein Realfoto, also von einer echten Person. Das sind bei den Frauen, sind das alles irgendwelche Erotikdarstellerinnen, wo sie halt Bildchen eingekauft haben. Aber bei den Männern sind das Mitarbeiter von CDV und Redakteure der Zeitschrift PC Power. Wie bizarr das ist. Also auch die Fallhöhe, die da entsteht zwischen den professionellen Fotos von Erotikdarstellerinnen, die man auf dem Markt gekauft hat und Mitarbeitern der PC Power, die dann auch noch verfremdet dargestellt werden mit großen Ohren und so. Das ist alles sehr irritierend. Das sind, glaube ich, die CDV-Mitarbeiter. Die PC Power-Redakteure sind mit Fotos drin, die auch genauso sich in den Ausgaben dieser Zeit finden als Redakteursfotos. Der Chefredakteur damals von der PC Power ist Klaus Trafford, der vorher bei der ASM war. Und der ist im Spiel als Darsteller drin und heißt dort Sven Lasse Samenström. Hervorragend. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist diese Idee, da dann echte Fotos zu verwenden, stammt aber auch wieder aus Bing. Also es ist fast so, als hätten sie das daraus entlehnt. Das fließt dann also so alles in die Gestaltung von Wett ein. Es ist nicht ganz klar, wie lange diese Entwicklung gedauert hat, aber sehr wahrscheinlich muss das weniger als ein Jahr gewesen sein. Wenn ich das richtig sehe, haben die erst nach Cliff Danger damit angefangen und zwischen den Releases dieser beiden Spiele Cliff Danger und Red Sexy Empire liegt weniger als ein Jahr. CDV hat mit der Entwicklung gar nichts zu tun. Die sind auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ein aktiver Publisher, sondern wir haben ja erzählt, das ist ja im Wesentlichen ein Vertrieb. Die ganze Spielgestaltung liegt bei New Generation Software und da federführend bei Carsten Wieland. Wolfgang Gebler hat erzählt, dass CDV das Spiel für einen Fixbetrag gekauft hat, keine Tantienregelung vereinbart und der Fixbetrag, da haben wir natürlich gefragt, wie viel das war und er hat doch gesagt, er wisse das noch und wollte es aber nicht sagen und dann haben wir gesagt, das war doch bestimmt im fünfstelligen Bereich und dann hat er ja gesagt. Also wir nehmen an, es ist irgendwas in den 90.000, 80.000, irgendwie sowas. Ich hätte vermutet eher im niedrigen fünfstelligen Bereich als im hohen. Na, das glaube ich nicht. Dafür ist das Spiel auch zu umfangreich. Ach, winziges Team, das sind ja nur eine Handvoll Leute. Also neben den dreien haben sie noch ein paar andere Freier angeheuert. Aber haben auch ein Jahr dran entwickelt. Ich glaube schon, dass das eher ein hoher fünfstelliger Betrag ist, aber ein fünfstelliger Betrag ist ja auch eine Sensation. Also sensationell wenig, meinst du? Ja, sensationell wenig, genau. Und dieser Spottpreis erlaubt es dann CDV, zum einen relativ entspannt zu sein, was den möglichen Verkaufserfolg angeht. Ja, da braucht es dann nicht so viel, um break-even zu werden. Und sie konnten aber auch dadurch Geld in die Vermarktung investieren, weil sie waren sich schon eigentlich sicher, dass das gut laufen würde. Ich habe damals gewusst, das Ding kann man gut verkaufen. Unser gesamtes vorheriges Geschäftsmodell hat mir immer wieder Hinweise gegeben, was denn funktioniert, was die Leute wollen. Ja, klar. Und natürlich die Erotik-Disketten oder die Erotik-CDs dann sind extrem gut gelaufen. Und erotische Zeichnungen, ich meine, der Carsten Wieland war nun mal ein extrem guter Zeichner, fand ich zumindest. Also ich meine, vielleicht gefällt es nicht jedem, aber ich fand es toll. Und das hat mich dann angeschworen. Dann habe ich gesagt, da gibt es garantiert auch einen Markt für. Lasst uns das probieren. Das wird garantiert den Betrag, der ja nicht so hoch war, auch wieder einspielen. Das hat uns natürlich auch geholfen. Dadurch, dass wir eine relativ geringe Lizenz bezahlt haben, wussten wir das Risiko, dass wir eingehen, wenn wir das jetzt richtig in der schönen Verpackung machen und richtig fett da draußen in den Markt stellen, ist nicht so groß. Es wird uns nicht ruinieren. Das war natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann hat es extrem gut funktioniert. Und im Gegenzug dazu war dann die Qualität des Spiels für CDV nicht das entscheidende Thema. Sagen wir es mal so, am Anfang war unsere Qualitätskontrolle, da ziehe ich mir auch selber den Schuh an, nicht optimal. Das heißt, wir sind manchmal auch schnell auf was draufgesprungen und haben gesagt, wir machen das jetzt. Ich kann das bei Wett gar nicht mehr ganz genau sagen. Ich denke, sie haben damals behauptet, sie haben ein fertiges Produkt und wir haben das dadurch, dass die Einmalzahlung nicht so hoch war, auch nicht so, sagen wir mal, nicht so intensiv geprüft, wie wir es dann später gemacht haben. Was allerdings offenbar CDV beigetragen hat, ist der Name des Spiels. Wett ist ja bei näherer Betrachtung ein ziemlich seltsamer Titel. Was soll denn das heißen an der Stelle? Wett. Wett Sexy Empire. Das nasse Imperium. Das ist ja irgendwie total komisch. Also der Name klingt halt komisch. Das Wett ist ja wie so ein Markenname hier eingesetzt, ohne dass das Wort das gut tragen könnte. Und eine der Vermutungen ist, dass durch den Namen eine Nähe hergestellt werden sollte an die Wet Dreams CD-ROMs von CDV, die die ja mit großem Erfolg im Markt verkauft haben. Also das waren so Erotik-Bildchen-CDs. Genau. Das war die Vermutung der damaligen Pressesprecherin Claudia Rieflin. Wolfgang Gebler, den wir das gefragt haben, der wusste es nicht mehr, kann sich das aber gut vorstellen, weil er glaubt, er hätte diesen Namen ausgesucht. Ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz sicher. Also ich kann dazu sagen, ich habe öfter mal Namen erfunden und ich habe oft Namen festgelegt. Für mich war immer wichtig, der Name muss den Alleinstellungsmerkmal haben. Bei Wett war es wahrscheinlich so, dass ich das letzte Wort gesprochen habe. Aber genau kann ich es in dem Zusammenhang nicht mehr sagen. Also du sagst es schon, was CDV jetzt halt macht mit diesen Dingen, ist relativ aggressiv für ihre Verhältnisse in die Vermarktung einzusteigen. Das Spiel wird schon ab Anfang 1997 recht umfangreich beworben, also auch mit ganzseitigen Magazinanzeigen. CDV produziert einen kostenlosen Screensaver, der dann schon im Vorfeld zum Beispiel auf Heft-CDs verbreitet wird. In den Anzeigen wirbt CDV übrigens auch mit dem Namen Carsten Wieland. Also man geht da in Karlsruhe offensichtlich davon aus, dass der Zeichner bei der Kundschaft namentlich bekannt ist. Wett war ursprünglich für März 1997 angekündigt. Das verschiebt sich dann noch auf den Mai. Und erscheint dann. Und zwar zum Vollpreis für 80 Mark, was jetzt für CDV auch noch ungewöhnlich ist in dieser Zeit. Im Spiel selbst taucht New Generation Software gar nicht als Logo auf, sondern da taucht als Entwickler Interactive Strip auf. Das ist aber keine eigene Firma, sondern das ist ein Label von New Generation Software. In den Credits steht das dann auch so drin. Also da haben Corte, Wieland und Teuerkauf damals schon vorausgeplant und dachten sich, naja, möglicherweise machen wir mehr als ein erotisches Spiel. Lass uns da lieber gleich mal ein eigenes Label, eine eigene Marke sozusagen dafür gründen. Und unter Interactive Strip, unter diesem Sublabel, werden dann auch noch das Tamagotchi Lula Insight und der Nachfolger Vett Attack erscheinen. Aber das war es dann auch schon. Nun kommt das also Mitte 97 raus und landet auch bei der Presse. Da geht die Spanne ziemlich auseinander. Die PC Power, die ja nun auch mit ihren Redakteuren grafisch im Spiel präsentiert ist und die da früh ein Testmuster bekommen, sind begeistert. 92 Prozent Testwertung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. PC Joker testet es auch früher als die anderen Hefte. Da sind es immerhin 74 Prozent. Der Rest der Presse ist nicht begeistert. Also die Powerplay und die PC Player, die watschen das Spiel ab. Aber einen Verlag gibt es da, schaucht das Spiel überhaupt nicht auf, nämlich bei Computech. Weder die PC Games, damals das wichtigste PC-Spiele-Heft, noch die PC Action erwähnen das auch nur mit irgendeinem Wort. Nicht in den News, nicht als Preview, schon gar nicht als Test. Und es gibt auch keine Anzeigen zu dem Spiel in diesen Magazinen. Und das ist eine so schreiende Auslassung, dass das damals auch in der Branche nicht nur als Gerücht umgeht, sondern dass das auch veröffentlicht wird. Sowohl die PC Power als auch der PC Joker veröffentlichen so kleine Meldungen, wo sie nahe legen, dass ein Verlag in Deutschland, den sie nicht namentlich nennen, aber das nur Computech sein kann, dass da ein Testverbot ausgesprochen worden sei, weil dieser Verlag zum Teil im Besitz der katholischen Kirche sei. Und das stimmt für den Computech-Verlag damals. Zu diesem Zeitpunkt stimmt das noch. Kurz darauf dann nicht mehr. Da ist nämlich noch ein Anteilseigner von Computech, der Sebaldos-Verlag in Nürnberg. Und der ist tatsächlich zu einer Minderheitsbeteiligung, aber ein signifikanter Anteil im Streubesitz von katholischen Institutionen. Wir haben den Oliver Mende gefragt, der damals der Chefredakteur von der PC Games war, aber der hat uns gegenüber das verneint und sagte, es habe nie eine Anweisung von oben gegeben, ein Spiel nicht zu testen. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat Olli das so gesagt, wie ich auch, über vergangene Sachen rede. Ich kann mich nicht erinnern. Das heißt, es kann nicht so gewesen sein, weil wenn das so gewesen wäre, würde ich mich erinnern. Und ich finde, es ist eine adäquate Heuristik, die Leute in unserem Alter machen. Aber das ganz harte Dementi war es nicht. Naja, also es bleibt der Fakt, dass BATS bei den Computech-Magazinen nicht stattgefunden hat. Genau. Die MCV Deutschland, ein Branchenmagazin, hat im August 1998 berichtet, das Spiel habe sich bis dato, also nach einem Jahr im Markt, 185.000 Mal verkauft. Wow. Das ist echt enorm. Ja, also wirklich enorm. Nach der Webseite von Redfire Software im Jahr 2001, Redfire Software ist die Nachfolgefirma von New Generation Software, also von den Entwicklern, hat sich RED in Europa eine halbe Million Mal verkauft. Und insbesondere sei das Spiel gut gelaufen in den Niederlanden und in Großbritannien. Wir haben nach diesen Zahlen auch Wolfgang Gebler gefragt. Der fand jetzt spontan, ohne das jetzt irgendwie genau belegen zu können, die Zahl ein bisschen hoch. Aber selbst wenn es nur 300.000 oder 400.000 in Europa waren, was eine einigermaßen realistische Zahl vielleicht sogar ist, sind das ja enorm große Verkaufsmengen für ein Spiel aus Deutschland. Ja, und so ein günstiges Spiel vor allem. Also das muss ja für CDV gewesen sein, wie Geld drucken. Ja, sie haben ja dafür nicht viel Geld bezahlt und dann ging es halt richtig raus. Und das simple Tamagotchi, Lula Inside, das kurz danach kommt, das verkauft im ersten Jahr auch 70.000 Stück. Das ist schon ein Beweis für die Macht der Marke Lula, wenn man das so sagen kann. Also wie sehr auch so ein simples Tamagotchi dann befördert werden kann von dieser Comicfigur, die sich der Carsten Wienerter ausgedacht hat. Das ist schon enorm. Wett erscheint dann unter dem Namen Lula the Sexy Empire, der viel logischere Titel übrigens. auch als englischsprachige Version im Vertrieb von Take-Two. Und diese Version ist dann eins der wenigen Spiele, die in den USA die Alterseinstufung Adults Only, also die ab 18er Einstufung bekommt. Und das ist natürlich in den USA für den Vertrieb über den Einzelhandel ein Todesurteil. Und da wird es dann auch nicht sehr erfolgreich. Ja, also es ist ein Mega-Erfolg, dieses Spiel. Und logischerweise, wenn etwas so erfolgreich ist, dann drängt es sich auf, einen Nachfolger zu machen. Und das muss auch schon zur Zeit der Entwicklung von Wett der Plan gewesen sein von New Generation Software. Wie gesagt, sie haben ja extra dieses Label gegründet, Interactive Strip. Und da finden sich auch Anspielungen auf ein kommendes Weltraum-Abenteuer. In einer Preview in der PC Power wird da schon eine Spekulation darüber geschrieben, ob da nicht ein Nachfolger an Bord eines Raumgleiters spielen solle. Und so kommt es dann auch. 1999, also das dauert zwei Jahre, erscheint dann der Nachfolger und heißt Wet Attack the Empire Comes Back. Ein selten dummer Name. Und das ist jetzt... Ja, was ist das für ein Spiel, Gunnar? Wie würdest du das beschreiben? Also so wie das Wet the Sexy Empire in drei Phasen zerfällt, zerfällt dieses Spiel in drei Spiele aus drei unterschiedlichen Genres. Das wird als Vorteil verkauft auf der Packung auch. Da wird ganz klar gesagt, hier haben wir drei Teile. Ein Adventure, eine Aufbau- und Wirtschaftssimulation, den sogenannten ISO-Teil und einen 3D-Shooter. Diese drei Sachen kommen zusammen in diesem erotischen Spiel im Weltraum. Ja, also sie haben sich offensichtlich wet angeguckt und gesagt, was ist das Kern-Alleinstellungsmerkmal unseres Spiels? Es ist die Dreiteilung. Wir müssen in einem Nachfolger auch wieder eine Dreiteilung drin haben. Also dann brauchen wir jetzt nicht tief rein einsteigen. Das ist einfach eine unglaublich schlechte Idee, zumal auch keiner dieser drei Teile sonderlich kompetent umgesetzt ist. Also wo Wett ein bemühtes Spiel ist, das an vielen Stellen einfach zu kurz springt, an manchen auch einfach überfrachtet ist, aber man ihm schon noch wohlwollend zugutehalten kann, dass sich das bemüht, ein ernsthaftes Spiel zu sein, fällt Wett-Attack einfach auseinander und da sind Elemente drin wie diese Adventure-Teile. Also da kann man bei bestem Willen keine bessere Beschreibung dazu finden als lächerlich. Obwohl das also ein sehr aufwendiges Spiel ist, das auf sechs CD-ROMs damals auch ausgeliefert wird und auch jede Menge Zwischensequenzen und 3D-Grafiken hat, ist das spielmechanisch qualitativ nochmal deutlich unter Wett angesiedelt. Und es ist auch ein Kind seiner Zeit, insofern, als es sich von den Cartoon-Grafiken verabschiedet, also von Carsten Wielands Zeichenstil, der ja ein Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal war. Und das ist jetzt ein Spiel, das hin und her oszilliert zwischen Render-Grafik und Polygon-3D-Grafik in diesen Weltraumballer teilen. Das hat auch damit zu tun, dass der Carsten Wieland, der ja schon bei Wett mit 3D-Grafik experimentiert hat, wir haben es gesagt, da sind auch schon gerenderte Teile drin, dass der jetzt exklusiv einsteigt in diese Render-Optik und sich vom Zeichenstil verabschiedet. Auch aus pragmatischen Gründen, weil man mit 3D-gerenderten Modellen viel schneller feinere Animationsphasen herstellen kann. Aber der generellen Anmutung tut das jetzt nicht sonderlich gut und das altert natürlich auch sehr viel schlechter als ein Cartoon-Stil. Ja, aus heutiger Sicht ist es natürlich sehr stark gealtert. Die 3D-Grafik dieser Zeit, die sieht heute schlimm aus, wo man sich die einzelnen Screens von What the Sexy Empire noch ganz gut angucken kann, sieht dies hier jetzt bizarr aus. Es ist aber auch einfach generell ein bizarres Spiel, Christian. Ja, das ist ein bizarres Spiel. Also wir hatten ja dieses Gespräch mit dem Wolfgang Gebler und der hat so einen augenöffnenden Satz gesagt, finde ich. Denn er sagt, dass ich CDV in die Gestaltung von diesem Spiel nicht groß eingemischt habe, wie schon beim ersten Teil. Zitat, wir haben dann einfach weitergemacht mit dem, was die uns angeboten haben. Die ist in diesem Fall New Generation Software. Das heißt, das war das nächste Ding, das Carsten Wieland, Carsten Korte und Helmut Theuerkauf zusammen machen wollten. Man muss davon ausgehen, dass Wett Attack einfach ihr Versuch ist, ihr durchaus ernst gemeinter, hat ja auch eine lange Entwicklungszeit und steckt deutlich Geld drin in diesem Spiel, also ihr ernst gemeinter Versuch, Wett nochmal zu übertrümpfen. Und das macht es besonders traurig eigentlich, weil dieses Spiel ein Dokument des Scheiterns ist an diesem Anspruch. Ja, wir müssen da gar nicht so tief drauf eingehen, aber man sieht dem Spiel an, dass da Geld reingeflossen ist und dass da Ambition da war und wir gehen ja auch sehr offensiv damit um mit ihren drei Teilen, dass sie das so machen wollen. Es ist aber in allen drei Teilen am Ende ungenügend und es ist nicht mal grafisch der Hammer. Und es ist ganz interessant, wie das dann halt so passiert, weil CDV, hatten wir ja kurz beschrieben, dass das nicht so die Firma ist, die so der klassische Publisher ist, die halt eigene Producer drauf schickt, sondern die haben hier völlig hands-off, wie auch schon beim ersten Teil, halt gesagt, ihr seid die Experten, ihr seid das Entwickler Studio, ihr macht das, wir zahlen es dann und wenn ihr es uns gebt, dann machen wir einen riesen Rummel drumherum. Ja, das ist unsere Aufgabe. PR und Marketing und Vertrieb, das kommt von uns und dann knallt es. Das war die Aufteilung. Genau, weil das hat beim ersten Mal ja auch gut funktioniert und weil es da gut funktioniert hat und weil da auch die Figur der Lula dann halt in den Mittelpunkt der Vermarktung gestellt wurde, gehen sie da jetzt nochmal all in in diese Strategie. Also da wird jetzt um Lula herum gebaut und CDV denkt, wir können das jetzt halt einfach wiederholen. Das Spiel erscheint im Mai 1999, das Wett Attack, und da findet im gleichen Monat dann eine recht spektakuläre Marketingaktion statt. Ja, also eine, die in die Geschichte der Spielebranche eingegangen ist, der Deutschen, nämlich der Lula Lookalike Contest. Für diesen Lookalike Contest verantwortlich war die damalige CDV-PR-Managerin Claudia Rieflin und die hat dir davon erzählt, wie das war mit diesem Lookalike Contest und da hören wir jetzt mal rein. Was uns klar war, war, dass wir die Figur promoten müssen. Gar nicht die Spielidee, sondern es ging um Lula. Und deshalb war dann, ich meine, es war meine Idee, ich kann mich da nicht rausreden, dass ich diesen Lookalike Contest in Erwägung gezogen habe. Ich glaube, ausschlaggebend war, dass wir vor dem Lookalike Contest 1998, dort, wo der Carsten Wieland ist, in Hamburg, eine große Fete gemacht haben, die Weight Attack Party, und ich auf der Suche war nach Nalula. Ich bin dann dort im Dollhaus fündig geworden. Die ist aufgetreten, die hat das super gemacht. Das sind professionelle Tänzer. Das war auch sehr interessant. Also der Haupttänzer war ein Mann. Die anderen waren vier Frauen, die auch in dem Lula-Outfit getanzt haben. Wir waren dort oben auf dem Medienbunker. Wir hatten Feuerwerk vom Dom. Alle haben gedacht, ich hätte das Feuerwerk arrangiert und bezahlt. Ich habe dann gesagt, ja, ja, nein, es war vom Dom. Es war ein gutes Timing. Aber mir war klar, eigentlich, um die Geschichte weiterzuführen, brauchen wir jemanden, mit der wir arbeiten können, wenn es auf die Messen geht, auf die großen Messen. Das war Cebi, das war Isri, das war die IFA. Und da kam diese Idee, dieses Lookalike Contest. Dieser Wettbewerb fand Ende Mai 1999 statt, zum Release von Red Attack. Und da konnten sich dann im Vorfeld Frauen bei CDV bewerben. Davon wurden zwölf für den Contest ausgewählt. Und der fand an zwei Orten statt. Sechs Frauen in München und die anderen sechs zwei Tage drauf in Hamburg. Diese Zweiteilung lag laut Claudia daran, dass die Presse aus Süddeutschland dann nicht nach Norden reisen muss und umgekehrt. Also sehr auf die Bequemlichkeit der Presse gemünzt das Ganze. Die Kandidatinnen mussten sich dann anziehen wie Lula und auf der Bühne erotisch tanzen. Die mussten ein Interview mit einem Moderator, halbwegs unfallfrei überstehen und so weiter. Alles ein bisschen cringe, aber für die damalige Presse eingefundenes Fressen. Was mich erstaunt hat, war, dass die Sender gut zu der Zeit waren, dass die Privatsender, ob RTL oder ProSieben, hatten eben Erotik-Formate. Eins zum Beispiel hieß Liebe, Sünde. Die waren sofort interessiert dran und haben gesagt, ja, ja, wir kommen da mit einem Kamerateam. Ich habe auch gedacht, die machen Blabla und wenn da so ein kleiner Karlsruher Spieleentwickler mit so einer Blondine, da kommt kein Mensch. Doch, die sind alle gekommen, die haben alle berichtet und ich stand da mit jeder Menge Blondinen. In Hamburg hatten wir eine zu wenig, weil die ist in München aufgeschlagen, weil sie sich verlesen hatte und sie dachte, sie steht in München auf der Bühne. Es gab da eine Kandidatin, die schon im Vorfeld Autogrammkarten verteilt hat. Und ich habe unserem Firmenanwalt, der mir zur Seite stand, gefragt, warum verteilt die denn schon Karten? Die hat doch noch gar nicht gewonnen. Und er lief puderrot an und meinte, ja, kennst du die nicht? Und er sagt, ich bringe mir mal so eine Karte. Und da war sie halbnackt und drunter stand Gina Wild. Und ich dachte, wer ist Gina Wild? Auf meiner Besetzungsliste steht Michaela Schaffrath. Man hat mir dann versucht, möglichst berutsam klarzumachen, dass das eine professionelle Pornodarstellerin ist. Und die war also bei meinen Kandidatinnen. Es hat Gott sei Dank jemand anders gewonnen, weil ich habe sonst Angst gehabt, meinen Job zu verlieren. Wir standen kurz vorm Börsengang und ich wusste nicht, was die Presse draus macht. Was ich aber einfach sagen muss, ich habe dann die Michaela Schaffrath persönlich kennengelernt. Und das ist eine wunderbare Frau. Und wie wir alle wissen, gehört sie jetzt zur Schauspielerinnenriege. Und wie sie mir gesagt hat, dieser Contest war ihr erster Schritt ins Schauspielmilieu. Und ich fand das klasse. Wer in den beiden Contests jeweils gewann, darüber entschied eine dreiköpfige Jury, die bestand aus dem Comedian Bernhard Rohlker, aus CDVs Finanzvorstand Christoph Gerlinger und in München aus dem Chefredakteur der Zeitschrift Penthouse, Peter Orszakowski, während in Hamburg der Koch Jürgen Langenbach ran durfte, der im Vorjahr bei der großen Wett-Attack-Party gekatert hatte. Und diese Männer kürten dann im Süden und im Norden jeweils eine Gewinnerin. Wir hatten somit eine süddeutsche Lula, eine norddeutsche Lula und wir wollten dann in verschiedenen Magazinen die Leser und Leserinnen entscheiden lassen. Und es wurde dann die Lula aus Hof, die Natascha. Ich habe aktuell geschaut, was aus Natascha Romano geworden ist. Eine total ernsthafte Schauspielerin, lebt zurzeit in Dänemark, spricht vier Sprachen fließend und sie war eine ganz professionelle, junge Frau, die uns toll auf Messen begleitet hat. Und so wurde daraus etwas, was ich so als Karlsruher PR-Frau nicht für möglich gehalten habe. Man kann sich mehrere Sachen hier dran jetzt nicht so vorstellen, finde ich. Zum einen, dass es diese ganzen Erotik-Magazine im Fernsehen gegeben hat. Das wusste ich gar nicht mehr. Liebe Sünde und so. Aber die brauchten natürlich dann Content und das war Content idealer Art für sowas. Und damals gab es ja auch noch eine ganze Reihe von hochauflagigen Erotik-Magazinen oder Magazinen, die Erotik als Stilmittel benutzt haben, die das dann auch gut fanden. Und es war aber auch einfach generell ein weitreichendes Interesse. In der Zeitschrift Tomorrow wird dieser von dir ganz eingangs gezogene Vergleich mit Tomb Raider sofort als erstes gezogene mehrseitige Artikel und auf der ersten Seite die nackte Lula 3D gerendert neben der bewaffneten Lara Croft. Also da sind wir jetzt auf dem Höhepunkt des Hypes. Da schließt sich der Bogen zu dem Zitat von Claudia, was wir ganz am Anfang gehört haben, dass sich da halt auch die Presse die Lippen danach leckt, um den Release des Spiels herum. Das Vat Attack ist dann für CDV längst nicht mehr dieser Erfolg. Laut Wolfgang Gebler war es immer noch erfolgreich, aber eben nicht mehr in diesen Größenordnungen vom ersten Teil. Da ist die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich danach? Denn eigentlich ist das relativ schnell auch wieder vorbei, was jetzt Lula angeht. Und es hängt auch mit New Generation Software zusammen. Die machen in dieser Ära, also während sie an Vat Attack entwickeln, auch noch andere Sachen. Das ist jetzt ein Wickler-Studio, das hat auf einmal ein Standing. Die waren ja mit Chewie schon mal einigermaßen bekannt. Jetzt haben sie mit Vat diesen Hit abgeliefert. Und auch wenn jetzt die erste Lizenzgebühr nicht so groß war, sie profitieren dann also offensichtlich von der Vorausfinanzierung von Vat Attack. Und Gabler meinte auch, sie hätten im Studio hinterher noch was gezahlt, nachdem Vat so erfolgreich war. Auf jeden Fall können die jetzt auch mehrere Projekte parallel machen. Und das sind auch opportunistische Sachen. Also zum Beispiel kommt 1998 ein deutsches Spiel namens Chartbuster bei Blackstar Multimedia. Das ist eine Wirtschaftssimulation im Musikbusiness. Die wird eigentlich von ganz anderen Leuten programmiert und gestaltet, aber die kriegt jetzt ein Cover von Carsten Wieland, wo auch so eine sexy Frau drauf ist, hier eine rothaarige. Und da steht auf dem Cover groß die Unterzeile aus dem Development House der Wirtschaftssimulation Wett. Ja, also das ist auf einmal ein Gütesiegel für ein Spiel der B-Riege, was dann noch so ein bisschen gepampert werden soll, weil halt Carsten Wieland ein paar Grafiken dann dazu beigesteuert hat. Aber eigentlich, wie gesagt, stammt das von einem anderen Team. Aber New Generation Software versteht sich zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht als reine Erotikspielfirma. Wie gesagt, sie haben Interactive Strip als Label gegründet, um da erotische Spiele machen zu können, aber parallel dazu auch andere Projekte. Und das ambitionierteste und am Ende auch das letzte der Firma ist das isometrische Actionspiel Dark Secrets of Africa, das 1999 bei THQ erscheint. Auch ein obskures Ding, das kann kein großer Erfolg gewesen sein. Danach steigt Helmut Teuerkauf aus, verlässt dann offenbar auch die Spielebranche und damit sind nur noch Corte und Wieland übrig. Corte und Wieland gründen daraufhin eine eigene Firma, die Corte und Wieland GbR und die firmiert nach außen als Redfire Software. Und der Fokus von Redfire, der liegt jetzt voll auf Sex Games. Das erste Spiel, das sie machen, ist Ibiza Babe Watch. Das ist so eine Art Moorhuhn, aber am Strand, wo man dann als Spanner Fotos schießen kann. Der Name ist Programm. Damit kommen die beiden Carstens sogar nochmal ins Fernsehen zu guten Abend RTL. Und bei der Gelegenheit sagen sie natürlich auch was und deswegen können wir uns jetzt mal ihre Stimmen anhören. Erst Carsten Korte, dann Carsten Wieland. Wir haben es wirklich nachgeforscht und wir können sagen, dass wir herausgefunden haben, dass es in dieser Art der erste Voyeur-Strand-Simulator der Welt ist. Also es hat bis jetzt sich noch keiner dran getraut, sich dieses Thema aufzugreifen und dadurch wirklich mal ein lustiges Comicvergnügen zu machen. Carsten Wieland hat das Spanner-Spiel mit Spitzer Fieder gezeichnet. Vier Monate lang sah er nur nackte Haut auf dem Papier. Also verlieben in gemalte Frauen kann ich mich eigentlich nicht, weil dazu ist es auch zu viel Arbeit. Und wenn ich jetzt wie für Ibiza Babe Watch 400 verschiedene Posen gezeichnet habe, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich mal was ganz anderes zeichnen kann. Man muss dazu sagen, wir haben uns selbstverständlich auch bemüht, mit diesen drei Leuten von New Generation Software zu sprechen und hatten mit Carsten Wieland auch Kontakt, hat uns auch ein Gespräch zugesagt, das aber letztendlich nicht zustande gekommen ist. Und obwohl wir auf allen verfügbaren Kanälen versucht haben, mit Carsten Korte Kontakt aufzunehmen, hat er sich nie zurückgemeldet, was sehr schade ist. Mit Helmut Theuerkauf, dem Programmierer, konnten wir nicht mehr sprechen, denn laut Carsten Wieland ist der bereits verstorben. Ibiza Babe Watch wird noch über CDV vertrieben. Die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Carstens und CDV bleibt also vorerst erhalten. Allerdings machen Korte und Wieland beziehungsweise ihre Firma Redfire kein weiteres Nuller-Spiel mehr. Uns war nicht so ganz klar, wer hat denn damals eigentlich die Rechte? Hat CDV die gehabt? Wolfgang Gebler meint, das sei nicht der Fall gewesen. Nein, also wir hatten die Rechte nicht, nein. Ich meine, so ganz hundertprozentig bin ich mir dann nicht mehr sicher, aber wir hätten ganz sicher dem zugestimmt, dass wir da irgendwie weiter zusammen mit Lula was machen. Lula kommt ja dann zurück bei euch 2005 in Lula 3D. Soweit ich das sehe, ist Redfire nicht beteiligt in einem Spiel, sondern das ist was, was bei euch intern entsteht. Wo kommt das da jetzt auf einmal wieder her? Wie kam dann die Lizenz wieder zu euch? Das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt glatt passen. Wahrscheinlich haben wir die Rechte gekauft und dafür einen Einmalbetrag oder so bezahlt. Wahrscheinlich haben wir schon, natürlich auch durch die Tatsache, dass wir den Börsengang gemacht hatten und so Mittel zur Verfügung gehabt, die wir davor natürlich nicht hatten. Also ich schätze, dass es daher kam. Ja, das ist so eine von diesen Punkten, wo es echt schön gewesen wäre, mit einem von den beiden Castens sprechen zu können, weil an dieser Stelle müssen wir sagen, es ist nach wie vor ein Mysterium. Warum ist eigentlich New Generation Software auseinandergegangen? Und warum gibt es kein weiteres Lula-Spiel in dieser Ära von der Nachfolgefirma, von Redfire Games? Was bizarr ist, weil eines der ersten Spiele, was Korte und Wieland machen, ist ein weiteres Tamagotchi. Tamagotchi, sie hatten ja schon mal dieses Lula-Insight und jetzt machen sie im Jahr 2000 Inside Chessie. Und da ist eine Comicfigur auf dem Cover, die sieht aus wie Lula. Und auf ihrer Webseite schreiben sie damals, das sei ein Nachfolger im Geiste zu Lula-Insight. Also das schreit alles danach, als ob das halt sozusagen Lula-Insight 2 sein müsste. Aber sie haben Lula nicht als Marke, es taucht nicht auf. Das ist eine offene Frage der Geschichte, wo eigentlich in dieser Zeit die Rechte liegen. Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich nehme an, die liegen im Limbo und gehören niemandem, weil es darum Streit gibt. Also das ist, glaube ich, so als Educated Guest ganz nachvollziehbar. Und das dauert bis 2002, wo dann CDV ein neues Lula-Spiel beginnt zu entwickeln, das dann nach langer und schwieriger Entdeckungsgeschichte aber erst 2005 erscheint. Zu dem Zeitpunkt muss ja dann CDV die Rechte irgendwie erworben haben. Carsten Wieland ist am Anfang bei diesem Spiel auch als Autor beteiligt, wird aber dann abgesetzt. Redfire Software steigt dann auch schnell in den Markt für Hardcore-Pornografie ein. Die machen dann ein gemeinsames Download-Portal mit der Porno-Filmfirma Herzog Video. Von Herzog kommen für dieses Portal dann die Ab-18-Filme und von Redfire ab 18 Spiele. Zu Redfires Portfolio gehören dann Titel wie Fuck Dodgers. Fuck mit FAQ. Fuck Dodgers, ihr erster Ab-18-Titel. Laut Webseite ist das dann eine einzigartige Mischung aus Shooter und virtuellem Ficken. Ja, da hast du keine Fragen. Das ist alles klar. Die Beschreibung auf der Webseite lautet so, nachdem die roten Killerschlampen vom Planeten Rektal 6 die Liebesdienerinnen von Long Dong entführt haben, wird Hintertüren-Spezialist Fuck Dodgers zur Hilfe gerufen, um die Geiseln zu befreien und den roten Killerschlampen das Maul und sämtliche anderen Öffnungen zu stopfen. Tja. Da gibt es, wie gesagt, keine Fragen mehr. Das ist jetzt eindeutig auch kein Spiel mehr mit der Erotik. Das zielt auf das Publikum, das auch Porno-Filme konsumiert. Das vermutlich bekannteste Spiel, das Redfire noch macht, ist das Softcore-Spiel Airline 69 von 2003. Der Name ist Programm. Das ist wieder eine erotische Wirtschaftssimulation. Das ist so eine Art Nachfolger von Wett, würde ich fast sagen. Wockersagen hat deutliche Parallelen zu Wett, Nachfolger im Geiste und in den 2010ern löst sich das Unternehmen dann auf. Die beiden Carstens gehen ihre eigenen Wege, bleiben aber in der Spielebranche. Carsten Wieland macht zum Beispiel noch das Spiel Erben von St. Pauli von 2007. 2011 steigt er dann aus und konzentriert sich bis heute aufs Aquarellmalen. Der Carsten Korte macht noch eine zweite Karriere als Musiker und DJ und wie du schon sagtest, der Helmut Theuerkauf ist laut Carsten Wieland in der Zwischenzeit verstorben. So, das ist die Entstehungsgeschichte und das erklärt vielleicht auch ein bisschen besser, warum Wett so ist, wie es ist. Es war also einerseits, glaube ich, einfach eine opportunistische Gelegenheit, ein Bing-artiges Spiel zu machen, wo ein kleines Team gesehen hat, hey, das wäre doch eine coole Marktnische, die wir mit unseren Möglichkeiten verwirklichen können und gleichzeitig aber, das würde ich dem wirklich zugutehalten, man sieht auch in dem Spiel den Anspruch, eine umfangreiche, ordentliche Wirtschaftssimulation zu machen, zumindest was diese Dreiteilung angeht. An diesem Anspruch scheitert das Spiel, das muss man leider so sagen. Es verkauft sich dann über die Stärke des erotischen Themas und von Lula als Hauptfigur und damit kommen wir zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube schon, dass das die wichtige Entscheidung ist. Nicht, weil Lula als Figur wahnsinnig interessant wäre, sie wird im Spiel ja auch nicht anders charakterisiert als als Plexsymbol, aber sie eignet sich halt super für die Vermarktung und dass sie nicht viel Inhalt hat, das merkt man als Spieler erst, wenn man das Spiel schon gekauft hat, also zumindest beim ersten und es passt so gut in den Zeitgeist. Du sagtest gerade, das ist die Zeit, wo Lara Croft als Figur vermarktet wird, das ist die Zeit, wo diese ganzen Erotikmagazine im Privatfernsehen existieren, wo die Mittwochsfilme abends im Spätprogramm laufen und so weiter. Es ist auch noch die Zeit vor dem Internet, wo man nicht ganz so einfach an erotische Inhalte rankommt und wo das also durchaus faszinierend ist, so ein Spiel wie Wett zu kaufen, was ja mutig genug ist, über sowas wie Bing mit ein paar blanken Brüsten hinaus zu gehen und tatsächlich animierten Sex zu zeigen. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal und das trägt, glaube ich, auch zur Stärke des Spiels bei. Wir haben Wolfgang Gäbler gefragt, wie er die Bedeutung von Wett für CDV einordnen würde und er sagt... Ganz klar. Es war ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte. Ist keine Frage. Hat uns letzten Endes auch gezeigt, wie viel man tatsächlich von einem Computerspiel verkaufen kann. Selbst dann, wenn es, sagen wir mal, qualitativ nicht auf der allerhöchsten Stufe war. Also keine Frage. Das hat uns auch gezeigt, die Dinge, die mit Marketing zusammenhängen, sind ein wichtiger Bestandteil. Wett war ganz sicher, in unserer gesamten Entwicklung oder Lula als solches ein Glücksgriff. Ich habe es auch wirklich genossen, Carsten Wieland kennenzulernen und so. Wir haben es gerade gehört, er erwähnte und betonte auch nochmal, dass CDV daraus gelernt hat, wie bedeutsam und wichtig Marketing sein kann. Und der Carsten Wieland hat viele Jahre später auf der Webseite einer anderen Spielefirma, die er mitgegründet hat, Grassland Productions, ein paar Sätze über Wett geschrieben und da steht das Urteil von ihm, Zitat, heute glaube ich, es waren hauptsächlich die Figur der Lula und das geniale Marketing von CDV, die diesen Titel so erfolgreich gemacht haben. Zitat Ende. Und diese Einschätzung würde ich vollkommen unterstreichen. Das Spiel an sich war es nicht. Aber das Spiel war auch keine Katastrophe. Das darf man auch nicht vergessen. Es war trotzdem ein substanzielles Spiel und es sah auch nach erster Anmutung so aus, als sei das eine vernünftige Wirtschaftsmodulation. Der Stil von Carsten Korte ist halt was, was vielen Leuten damals gefallen hat. Das ist ein zugänglicher, klarer Comic-Stil mit übertriebenen Proportionen logischerweise, aber das ist ja ein Wesen im Comic-Stil. Es hat klare Outlines, nachvollziehbare Farben, das ist nicht irre, das ist gut zu verarbeiten und das Spiel sieht deswegen, weil ja fast alle Screens einfach statische Bilder von Carsten Wieland sind, sieht das halt auch auf Screenshots super aus. Die Screenshots auf der Rückseite der Packung sehen sehr schön aus. Ich meine, für das Jahr 1997, wo es ja 2D-Comicspiele noch viele gibt, das ganze Produktversprechen von dem Spiel hat viele Leute eingefangen. Genau, das zentrale Wort ist hier Versprechen. Wett führt diese erotische Wirtschaftssimulation, dieses kleine Nischen-Genre, ich würde vielleicht sogar sagen, das erotische Spiel in der deutschen Entwicklerszene zu seinem Höhepunkt und gleichzeitig aber auch spätestens mit Wett Attack zu seinem Abschluss, weil die Produktqualität am Ende das Versprechen nicht einlöst und nach hinten raus ist das halt der entscheidende Faktor. Menschen, die enttäuscht werden, wenn sie das Spiel kaufen, auf welcher Ebene auch immer, werden das nicht nochmal tun. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit, mit der der Nachfolger bei allem Hype, der da noch drum entstanden ist, zu kämpfen gehabt hat, dass der erste Teil halt dann doch bei relativ vielen Käufern nicht so der Kracher war. Insgesamt war es ein singuläres Spiel, das in dieser Form auch sicherlich nur in Deutschland möglich ist und das ist ja auch immer ganz schön, dass wir mal sowas sehen. Schaut mal, was wir haben, liebe Amerikaner. Wenigstens das. Ja, vielleicht Doom, aber wir haben Wett. Wir haben Lula. Ja, sehr gut. Genau, und damit sind wir am Ende, würde ich sagen. Ja, damit sind wir durch. Damit haben wir alles erzählt, was wir zu Wett und Lula erzählen wollten. Übergeben jetzt wie immer an euch. Erzählt uns gerne, was ihr von dem Spiel haltet und wie euch diese Folge gefallen hat bei uns im Discord oder im Forum, in den Kommentaren zur Folge, gerne auch auf YouTube. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.